Glück auf, meine Kumpel und Malocha, herzlich willkommen zu eurem Lieblings-Schalke-Podcast, Königsblau im Ohr. Und ja, heute ist uns nicht zu feiern, Mute, oder, Luca? Ja, also man kann schon fast von Totenstimmung reden. Normalerweise begrüßen Cedric und ich uns ja immer freudestrahlend, wenn wir in Discord zur Aufnahme kommen. Heute war das leider nicht der Fall. Also war eher so ein, ja und, wie geht's dir so? Ja, Stimmung ist angeknackst, kann man sagen. Fände ich sogar schon ein Stück weitergehend extrem schlecht, weil, ja, Schalke ist aktuell wirklich ein Problemthema, was auch, glaube ich, bei vielen Schalke-Fans mit in den Alltag reingeht. Also die Woche wird schon wieder bei vielen Scheiße beginnen. Und ja, darüber werden wir jetzt gleich noch ein bisschen reden dürfen. Ja, also ich hab's, also ich krieg's für mich immer so hin, das mit dem Wochenende irgendwie abzuschließen. Ich glaube aber viele, wo dann auch auf der Arbeit dann sich Scherze und so weiter anhören müssen, das ist bei mir zum Glück nicht so. Die nehmen das dann wirklich mit in die Woche. Und ja, wir haben auf jeden Fall viel zu besprechen. Das ist, glaube ich, hier auch ein geiles Ventil, um das nochmal rauszulassen. Wir nehmen euch da mit und sprechen jetzt auch direkt über das Spiel gegen Düsseldorf. 5 zu 3 haben wir verloren. Ich war live im Stadion dabei. Du hast dir das vom TV angeguckt. Hä? Ich kann mal sagen, wie es so für mich war, mit dem Stadion-Erlebnis und dann vielleicht das Spiel so. Also ich muss sagen, ich hatte extremes Bock aufs Spiel. War da mit einem Kollegen in Düsseldorf, Ockern, kennst du ja auch, ne? Ja. Genau, haben wir da das Spiel geguckt. Und es hieß ja auch, richtig viele Schalker kommen, waren auch da. Habe ich mich extrem gefreut. So sagen, ich war das erste Mal in Düsseldorf, Stadion, extrem hässlich. Hätte ich nicht so erwartet. Sieht aus wie so ein Metro, wie so eine Lagerhalle so von außen. Dann extrem schlecht organisiert, wie man ins Stadion oder zum Block reinkommt. Da gehst du so in einem Labyrinth und kommst dann durch. Wenn dann aber das Spiel, oder wenn du dann im Stadion drin bist und zum Spielfeld guckst, sieht es halt richtig gut aus. Das muss man schon sagen. Dann war sehr, sehr nervig, dass da permanent vor und nach dem Spiel ganz, ganz laute Musik kam und eher wenig Stimmung war. Aber dann so kurz vorm Spiel wurde dann die Musik ein bisschen runtergeschraubt und dann hast du die zwei Choreos gesehen von Düsseldorf und von uns. Und beide waren richtig stark. Und ja, dann geht es ins Spiel rein und hat nur eine Mannschaft gespielt. Und dann war wieder nach 20, 25 Minuten das Spiel vorbei. So, wir haben zwar dann sind wir noch in der zweiten Hälfte rangekommen und dann selbst ich dann nochmal irgendwie so geglaubt, so ein paar Minuten, da geht vielleicht noch ein 4-4 oder so. War ja auch ein Jahr nach dem 4-4, ne, das Spiel. Ja. Und dann nach dem 5-3 war es halt dann auch vorbei, wo Düsseldorf wieder ein paar Gänge hochgeschaltet hat. Dann gehst du da aus dem Spiel raus und bist einfach nur frustriert und 38 Euro habe ich für einen Sitzplatz bezahlt. Und mir sowas anzugucken in der Kälte auch noch, boah. Wie war es vom TV? War es besser? Ne, also absolut gar nicht. Das einzige Gute daran ist, dass ich keine 38 Euro ausgegeben habe. Aber also wirklich, ich habe angefangen, das Spiel zu gucken. Da war noch alles in Ordnung. Dann ging es los mit dem ersten Tor. Habe ich mir gedacht, okay, gut, wir schießen wenig Tore. Ziemlich unwahrscheinlich, Düsseldorf gute Mannschaft. Wird schwierig. Aber vielleicht kommt ja heute mal eine gute Leistung. Aber es ging halt direkt so weiter. Und das hast du auch gesehen. Die Abwehr war wieder so ein Hühnerhaufen. Das ist der Wahnsinn. Und ich habe auch bei mir selber dann einfach gemerkt, mit jedem Tor, was dann gefallen ist, einfach die Motivation, viel aufs Spiel zu gucken, wenn man gesunken ist. Bist du irgendwo anders abgesunken? Habe ich dann mit meinen Freunden eher verquatscht, als dass ich dann da wirklich viel auf den Fernseher geguckt hätte. Ja, weil es einfach so frustrierend ist. Du weißt auch gar nicht, was du dazu noch groß sagen sollst. Du nimmst es einfach irgendwie alles so ein bisschen hin. Wenn du im Stadion bist, bist du, glaube ich, nochmal ein bisschen mehr emotionalisiert. Ein bisschen versuchst nochmal irgendwie, ich weiß nicht. Aber, ähm, ja, sag erst mal. Was ich viel gemacht habe, ist halt, ich war ja neben dem Gästeblock, also neben unserem Block, habe da halt viel reingeguckt. Und geschaut, wie die reagieren. Ja, ja, irgendwann sind die Ultras halt rausgegangen aus dem Stadion. Irgendwann haben die Leute angefangen, die Choreo, die Fahnen da kaputt zu machen und dann aufs Spielfeld zu werfen. Einige waren, ähm, sind zur Toilette gelaufen, haben da Klorollen geholt und die, die aufs Spielfeld geworfen haben. Und da war ich halt auch viel mit solchen Sachen beschäftigt, ähm, was so drumherum passiert. Und, ähm, was, was du im Stadion halt richtig gespürt hast, ähm, die Lustlosigkeit von den Spielern in, in der Körpersprache und in dieser Gesamtheit, ne? Ja, das ist, finde ich, finde ich, ähm, am TV manchmal erkennt man das nicht so oder manchmal sieht man das einfach nicht so. Aber wenn du am Stadion bist und eine Sicht hast auf, aufs, aufs ganze Spielfeld, auf alle 22 Leute. Und auch Spieler, die gerade nicht am Ball sind und so, wenn die sich gerade einfach bewegen. Genau, ja, ja. Genau, weil die machen ja immer die Nahaufnahme und dann siehst du dann den Zweikampf, der da gerade geführt wird, wo der Spieler auch dann irgendwo so hinrennt und so. Ja. Aber bei uns zum Beispiel bei einem Eckball, da standen die Leute, ich zeig jetzt mal, Podcast-Zuschauer, äh, stellt euch vor, äh, ich bin hier mit, mit Armen an der Hüfte und so standen die beim, beim, äh, Eckball, Karaman beispielsweise so, ne? Äh, und, und auch andere Spieler so, gar keine Anspannung und der Karaman stand auch so, nachdem der Eckball reingekommen, äh, ist, stand er da immer noch mit, mit den Händen an der Hüfte so. Und, äh, oder ein Ovejan, Alter, was, was, der ist da einfach rumgetrabt in der Linie und der war nie hinten, der war nie hinten, vorne war der auch, weil er nur rumgetrabt ist, kam er in keine gefährliche Flank-Situation und dann, äh, ja, wir kommen gleich noch auf, 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 auf die Geschichte mit, mit Gerhard zu sprechen, aber das war halt, oder wie die, der ist keiner gesprintet, die waren immer zwei Meter zum, zum, zum Spieler, wo der gerade den, den Ball hatte, immer Sicherheitsabstand, keiner ging in die Zweikämpfe rein, Sprints gab's nicht, so, und dann, äh, waren Riesenlücken dann da, weil ja keiner gelaufen ist und dann steht's dann irgendwann 3-0. Ja, und, ähm, ab dem 3-0 war das Spiel auch vorbei, also, das haben wir auch beide, glaube ich, sofort gewusst, ähm, habt ihr ja dann auch, glaube ich, schon vor der Halbzeit irgendwann geschrieben, ich bin fertig mit dem Haufen, ähm, weil ich wirklich einfach nicht mehr weiß, was ich dazu noch großartig sagen soll, also, du, du kannst jetzt nicht mal hier in die Einzelkritik gehen und sagen, der war schlecht, der war schlecht, daran hat's gelegen, Spielsystem schlecht, es waren alle, alle, alle schlecht. Die erste Halbzeit war eine Vollkatastrophe, die zweite Halbzeit hatte mal in Teilen eine gute Phase, wenn man es überhaupt so nennen kann, ähm, wo du dann irgendwie mal gemerkt hast, okay, Düsseldorf macht nicht mehr so viel fürs Spiel, ähm, und dann konntest du dich irgendwie noch ein bisschen zurückarbeiten, aber es war trotzdem so eine dermaßen schlechte Leistung, dass ich hier gar nicht jetzt sagen kann, Spieler X, Spieler Y war jetzt schlecht, sondern ich hab da mir auch wirklich in der Halbzeit gedacht, ihr könnt gerne alle, alle irgendwo hinwechseln, ist mir völlig egal, ähm, weil die einfach überhaupt gar kein, äh, gar kein Bewusstsein dafür, davon ausgestrahlt haben, worum es hier gerade geht, es geht um den Abstieg in die dritte Liga, dann stellen die sich in Interviews immer hin und sagen, ja, nein, ähm, es geht nicht um Abstiegskampf, ähm, glaube ich nicht, wir, wir haben so eine Qualität im Kader, ja, ja, genau, Kalasch vor allem auch, äh, weiß ich nicht, und dann verteidigt ihr da hinten mit so einer Nicht-Motivation, es ist der Wahnsinn, wirklich, also auch die Gegentore, die wir da bekommen haben in der ersten Halbzeit, Kaminski und Kalasch, ich hab mir jedes Mal gedacht, Junge, spielt ihr Kreisliga, oder was ist hier los, ähm, ähm, und dann macht es es dann auch nicht besser, dass sie ein Tor geschossen haben, also tut mir leid, wer so verteidigt, hat ihn nicht verdient zu spielen, Punkt. Die, die schlimmste Szene vom ganzen Spiel fand ich, wo das 5-3 passiert ist und der Kaminski, äh, also der Ball, äh, kommt in der Nähe von Kaminski, Kaminski ist der einzige Spieler in der Nähe vom Ball, dann bleibt er einfach stehen, weiß nicht, ob man das im Fernsehen so gesehen hat, ich hab halt perfekte Sicht gehabt, das war auch noch, ähm, auf, auf dem, also in der zweiten Halbzeit haben die ja auch auf dem Block auf uns gespielt, ja, und, ähm, das hat man halt perfekt gesehen, der Ball kam irgendwo in der Nähe von Kaminski, Kaminski denkt wahrscheinlich, der Ball geht ins Aus, bleibt dann einfach stehen, dann merkt er, okay, der Ball, äh, geht doch nicht ins Aus, ich geh mal zum Ball hin, so, ist trotzdem so nah immer noch zum Ball, dass, dass da, ähm, drei Spieler von, äh, äh, von Düsseldorf hinter ihm sind mit zwei, drei Meter Abstand, und er hat wirklich nur drei Meter zum Ball hin und alle drei überholen den und, und sind dann eher am Ball, und dann ist halt das, das fünf zu drei dann passiert, so, weil, äh, Seguin war dann da alleine, ähm, gegen die Spieler und dann ist es halt passiert, ich mich so aufgeregt, dass der einfach das Laufen eingestellt hat, so, ne, so 90 Prozent geht der Ball vielleicht ins Aus oder 80 Prozent, dann sagt er, ach, ich glaub, ich glaub, der Ball geht jetzt ins Aus, ich lauf da nicht, ja, so, nach dem Motto, und, ähm, ich find vor allem, was man dazu auch sagen muss, wenn du weißt, du bist langsam, dann musst du solche Schritte erst recht gehen, weil du eben weißt, okay, wenn, wenn es eben doch dazu kommt, dass er nicht ins Aus geht, dann muss ich da stehen, so, und, ja, der weiß, dass der langsam ist, also tut mir leid, das ist einer der langsamsten Spieler der zweiten Liga, der muss genau wissen, dass er dann da hingehen muss. Ich muss sagen, ich hab auch immer gedacht, so, der ist langsam, der ist langsam so, aber das ist noch einigermaßen okay, so, ne, und was heißt einigermaßen okay, halt schon eher unteres Durchschnitt der Liga und so weiter, aber ich hab halt jetzt in diesem Spiel, wo ich dann auch live gesehen hab, das war jetzt auch nicht nur die Szene, wie langsam der wirklich ist, so, das ist, das ist schon keine Qualität mehr für zweite oder dritte Liga, so, weil du hast so einen extremen Nachteil dadurch, weil sobald der, äh, der, der Gegner einen langen Ball spielt, bist du quasi machtlos, weil, äh. Ja, vor allem, weil es auch noch so eine unbewegliche Langsamkeit ist, also er ist nicht mal nur langsam, sondern er ist auch noch extrem unbeweglich und braucht dann auch noch, um sich zu drehen, solche Bewegungen sind einfach auch noch zu dem langsam, das ist einfach die doppelte Langsamkeit, die dann einfach dazu führt, dass er wirklich einfach niemanden einholen kann und er sogar eingeholt wird als Innenverteidiger, das darf halt nicht passieren und, äh, dementsprechend ist es einfach keine Qualität und schon gar nicht, um, äh, Co-Kapitän bei uns zu sein. Ja, der war halt Kapitän auf dem Platz, ne, das kam auch noch dazu, das wollte ich auch gerade, äh, sagen, weil der ist auch keiner, der mal mit den Jungen spricht, das hab ich jetzt auch beobachtet im Stadion, ne, so, der, der, der guckt dann traurig, guckt auf dem Boden, ähm, wenn ein Gegentor passiert, der muntert keinen auf, der weckt keinen auf, der organisiert die Abwehr auch nicht, der redet halt gar nicht, so, ist, soll dann eine Führungsperson bei uns sein, seh ich halt nicht. Weil, muss ich auch sagen, mit den Defiziten, die er hat, so, mit dieser Schießbude der Liga, die wir sind, wir sind auf dem letzten Platz mit Osnabrück mit 33 Gegentoren, so, der hat einen Vertrag, wie ich gehört hab, der verlängert wird, wenn er eine gewisse Anzahl an Spielen macht, ich würd zusehen, dass man alles dafür tut, dass dieser Vertrag nicht verlängert wird und der ist eigentlich schon quasi bereit für die Rente. Ja, eigentlich schon. Und der kann vielleicht, der kann vielleicht nochmal nach Polen in die Extraklasse zurückgehen und dann nochmal ein paar Spiele machen, wie der Poldi so, aber in Deutschland, in der zweiten oder ersten Liga, zumindest für eine Mannschaft mit Ambition ist das halt gar nichts. Also, da muss ich wirklich nochmal sagen, menschlich absolut gar nichts gegen Kaminski, also, auch immer, wenn er geredet hat, fand er, fand ich, hat er sympathisch gewirkt und er hatte auch sicherlich mal irgendwie seine Daseinsberechtigung in unserer Abwehr und war auch in der zweiten Liga vor zwei Jahren ordentlich bis gut und war auch in der ersten Liga in den Spielen in der Rückrunde noch in Ordnung, aber irgendwas hat er jetzt anscheinend von dieser Verletzung, die er letztes Jahr hatte, dann doch nochmal irgendwie reingekickt, dass er jetzt wirklich überhaupt nicht mehr laufen kann und auch verteidigen viel zu unsicher geworden ist. Also, ich glaube auch, es kommt vielleicht ein bisschen durch den generellen Strudel, in den wir jetzt reingeraten sind, dass einfach Unsicherheiten bei ihm aufkreuzen, die vorher irgendwie nicht in dem Ausmaß da gewesen sind, wie sie im Jetzt da sind. Da hat jedes Spiel eigentlich noch irgendeinen Bock drin, wenn nicht sogar mehrere und das ist einfach kein Niveau. Also, ich bin auch weit davon entfernt, jetzt mich zu freuen, wenn jetzt wieder ein Baumgartel oder sonst wer da spielt, aber Kaminski kann die Lösung jetzt auch nicht mehr langfristig sein. Also, tut mir leid, er muss irgendwer anderes spielen und vor allem, wie du auch gerade gesagt hast, unter der Prämisse, dass der Vertrag verlängert wird, darf der jetzt keine viele Spiele mehr bekommen, weil sonst haben wir den Nix ja immer noch an der Backe und zahlen den weiteren Gehalt. Also, das kann auch nicht die Möglichkeit sein. Nee, und die Sache ist halt, erstmal Baumgartel will ich auch nicht sehen. Wir können ja später mal drüber sprechen, es ist ja bald Winter, was man da machen kann und so. Aber, ähm, Kaminski hat viel profitiert von guten Spielern, die neben ihm gespielt haben, ne? Wie so ein Jens, der dann auch seine Meter ablaufen kann und so weiter, ne? Aber, oder damals hat der neben Malik Chau und Itakura gespielt. So, klar, ne? Dann sieht der halt auch besser aus, wenn er in der Zweitliga-Verteidigung mit einem Itakura, der, äh, mit Gladbach um Europa vielleicht spielt oder zumindest mal im Sommer Angebote von Napoli hatte, vom Ersten aus Italien. War auf jeden Fall zumindest der beste Zweitliga-Endverteidiger, kann man zumindest so festhalten. Ja, und auch in der ersten Liga hat er dann, hat er dann im letzten Jahr echt für Furore gesorgt, obwohl er noch zwischenzeitlich lange ausgefallen ist. Ja. So, und, äh, Malik Chau spielt Halbfinale Champions League. So, und die haben einfach in der Zweitliga im Jahr davor gekickt. Ja, in der Dreierkette mit einem Palzon davor, so, ne? So, dann ist klar, dass auch Kaminski dann gut aussieht, so. Ja. Wenn du solche Nebenmänner mit dir hast in so einem defensiven System, dann fällt das halt nicht auf, so. Aber jetzt, wenn er halt einen Kalasch neben sich hat oder einen Cisse oder einen Baumgartel oder wen auch immer und einen Ovian, der, der dann rumtrabt auf der linken Seite, der sein Mann ist und der dann permanent im 1 zu 1 dann geht gegen die Spieler, ja, dann ist klar, dass er da auseinander genommen wird, so. Und er hat halt nicht diese Qualität, um, ähm, selber der Abwehrchef zu sein, der er aber jetzt gerade sein sollte und sein muss, weil er Kapitän ist, weil er eine Abwehr organisieren soll, aber das funktioniert halt eben nicht. Ja. Wenn ich komme mit deiner Meinung, also, du kannst es auch einfach von ihm mittlerweile dir auch nicht mehr erhoffen, also, du hast jetzt langsam einfach mal genug gesehen und weißt ganz genau, dass du jetzt im Winter die Transfers machen musst auf der IFA-Position, weil du kannst jetzt nicht wirklich mit der Einstellung da reingehen, dass du es mit Kaminski, Kalasch und Mörken in der Dreierkette schon irgendwie regeln wirst, weil das wird nicht funktionieren. Naja, naja. Ja, und ich finde Mörken halt auch irgendwie verschenkt in der Innenverteidigung, ähm, ich muss sagen, er macht das relativ okay, aber der fehlt dir dann halt so über außen so, weil ein Ovean ist halt ein kompletter Totalausfall, wenn er keinen Bock hat und ein Ovean, wir können jetzt auch mal zum Thema kommen, der, ich bin fassungslos, was das für ein, was, 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 was das für ein Charakterschwein ist, wirklich. Also, jetzt hat er sich da entschuldigt, äh, hör mal aufmachen, was der gesagt hat, ähm, äh, Thomas Ovean, wie ich mich nach meiner Auswechslung verhalten habe, war nicht korrekt, ich habe Karl Gerrerts und André Heschelmann in einem Gespräch um Entschuldigung gebeten und bin sehr froh, dass diese akzeptiert haben, die kennen mich und wissen, dass das nicht mein Charakter ist, ich wollte dem Team helfen, den Rückstand zu drehen, das ist mir in dem Spiel leider nicht gelungen, die Situation war frustrierend, ich hätte aber niemals so emotional reagieren dürfen, daher möchte ich auch bei unseren Fans und allen die Schalke unterstützen, um Entschuldigung bitten. Ja, erstmal schön, dass er um Entschuldigung bittet, so, ne, aber ganz im Ernst, der, diese Emotion, die der da nach der Auswechslung gezeigt hat, die hätte er denn mal auf dem Platz zeigen sollen, der ist wirklich rumgetrabt, der hat nicht mit verteidigt, der hat nach vorne gar nichts gemacht und hinten war immer offen seine Seite, weil der halt vorne einfach nur am Traben war und nicht nach hinten gelaufen ist, hat keinen Sprint gezogen, ist nicht in die Zweikämpfe gegangen, das war null, nix, das war Arbeitsverweigerung. Und dann nach so einer Leistung, ne, wo man ganz klein mit Hut sein sollte, dann zum Trainer hin und den dann noch vor, vor allen Fans, vor den ganzen Spielern noch ankacken, so und dann in, 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 in die, äh, Umkleide verschwinden, Alter, das, 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 das geht nicht. Das geht auch nicht in meinen Kopf rein, wie man sich so verhalten kann in, in einer, in so einer Situation, wie die gerade ist, ne, wo es schon Unruhen da sind und so weiter und so fort, wie man so ein Ego haben kann. Und da merkt man auch diese ganzen Egos in der Mannschaft, ne, keiner, keiner bereit fürs Team zu kämpfen, keiner bereit fürs Team da in die Zweikämpfe zu gehen und zu, und zu leisten, zu malochen, aber dann, ähm, in jedem Moment so ein Riesen-Ego haben und sich als Superfußballer der zweiten Liga zu sehen. Das ist das, was, was, was uns gerade kaputt macht. Und ganz ehrlich, solche Spieler wie Ovean, der auch einen Auslauf im Vertrag hat, im Winter verkaufen oder auf die Tribüne mit dem. Der soll, wenn's nach mir geht, soll der bis zum Winter kein Spiel mehr machen. Man soll dem klar machen, du, du passt hier nicht mehr rein, Tribüne, jetzt für die nächsten Spiele bis zur Winterpause und dann wird der schon wechseln, weil kein Spieler, der, wo der Vertrag ausläuft, setzt sich ein halbes Jahr auf die Tribüne. Dann kann der, im Sommer kann der dann ganz kleine Brötchen bei der Gehaltsverhandlung machen. Und das verstehen ja auch nur diese Spieler. Die verstehen nur, okay, wenn ich dann da 500.000 weniger auf dem Konto haben, dann tut's mir weh. Wenn ich den Verein am Ende verlasse, äh, wenn Schalke 04 in der dritten Liga ist, das tut denen gar nicht weh. Dass da, die ganzen Spieler, die uns jetzt nach dem Abstieg verlassen haben, die haben dann vielleicht, äh, ein, zwei Wochen waren die traurig, so, der eine oder andere hat auch geheult, aber dann geht das Leben weiter, so. Und solche Spieler, die, die, denen ist das scheißegal. Die, 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 die wechseln den Verein und, und, äh, ja, dann, dann haben die das Ganze vergessen. Aber Schalke 04 wird dann in der dritten Liga, wenn die überhaupt die Lizenz kriegen, ähm, richtig Probleme haben, um, über, für die Existenz. Und die, die das Trikot gerade anhaben, denen ist das egal. Ja. Also ich kann mir auch sogar vorstellen, dass es vielleicht sogar in die Richtung gehen wird, die du gerade gesagt hast, ähm, dass man das wirklich so ähnlich macht wie bei Baumgarte, weil der hat ja auch jetzt in den letzten Spielen hat er, ich weiß gar nicht, waren das sieben Minuten oder so gespielt. Ähm, ansonsten ist er ja seit diesem Interview ist er komplett weg vom Fenster. Ähm, sitzt zwar ab und an mal auf der Bank, aber mehr halt auch nicht. Und das ist auch genau die richtige Umgehensweise damit. Ähm, hat Gerrits ihm auch quasi genau gezeigt, jo, das, was du mit dem letzten Trainer veranstaltet hast, das machst du mit mir nicht. Also du kannst gern, ähm, als Bankspieler ein bisschen reden, aber da hört dir halt keiner zu. Ähm, ja. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es mit Aoyan jetzt ähnlich sein wird, weil solche Aktionen gehen einfach überhaupt nicht. Nur, ähm, weiß ich nicht so ganz, ob man dann so wirklich diese Durchsetzungsfähigkeit haben wird, das wirklich über lange Strecken zu machen, weil Aoyan, muss man leider wirklich sagen, einfach trotzdem ab und an auch seine Qualitäten hat aufblitzen lassen. Der hat die Scorer gemacht diese Saison wieder. Ähm, ähm, nun muss man leider einfach sagen, der hat überhaupt gar keine Motivation und auch gar keine Selbsteinschätzung von sich selbst. Und das hat man da auch genau gesehen, dass er wirklich wieder dachte, er macht ein Bombenspiel, aber er macht überhaupt nichts. Also, wenn er nicht gerade mal eine gute Flanke irgendwie aus dem Nichts rauszaubert, dann ist er da wirklich mit 3 kmh über dem Platz, läuft dann noch langsamer als Kaminski gefühlt im Sprint läuft. Ähm, ich weiß nicht, was der da macht. Auf jeden Fall keine Motivation fürs Spiel haben, gar keine Leidenschaft ist da zu sehen. Ähm, er trabt da ein bisschen rum, macht mal eine Flanke und erwartet dann, dass alle ihn hochjubeln mit Aoyan und Yala. Aber das ist einfach nicht genug, das reicht nicht als Verteidiger. Er ist nominell ein Verteidiger, aber er verteidigt nicht. Das ist das ganz große Problem, das macht er schon die ganze Saison wieder nicht. Ähm, sondern ist er irgendwo im Mittelfeld, wo er nichts zu suchen hat und versucht dann ab und zu mal irgendwie mit einer Offensivaktion aufzublitzen. Aber das reicht einfach nicht. Ne, und ähm, also Konsequenz können wir auch sagen, was der Verein jetzt gemacht hat. Entscheidung ist auch durch. Ähm, soll jetzt eine Woche U23 spielen. Für das Spiel wird er dann nicht nominiert werden. Ähm, und dann wird man sehen. Ähm, also, keine Ahnung, ich bin der Meinung, auch wenn er Qualitäten hat, die er sicherlich auch gezeigt hat zum Teil, bin ich der Meinung, du brauchst jetzt in dieser Situation, brauchst du ein Team. Und jeder, der dir signalisiert, ich zieh nicht mit, ich helfe nicht jetzt im Abstiegskampf mit 100 Prozent, der ist Gift für das Team. Und diese Leute muss man, wenn du mich fragst, im Winter aussortieren. Ich zähle auch einen Baumgartel dazu, ich zähle auch einen Polter dazu. Das sind so Spieler, die alle aufgefallen sind, medial. Ein Polter über den Berater, ein Baumgartel mit seinem Interview gegen Reis, jetzt der Ovean mit so einer Situation, ein Seguin von mir aus auch, der über den Vater gekommen ist. Ähm, das sind alles so Spieler, oder auch ein Fährmann eigentlich. Ja, bei Fährmann finde ich es noch schwierig, Vereinslegende und so weiter, aber auch er hat sich so geäußert, so. Das ist alles Gift für so ein Team. Die, die, die haben ein Ego, was die über dem Team, über den Verein stellen. Und das geht halt nicht. Es geht um die Existenz von Schalke 04. Wenn der Verein in die dritte Liga geht, wie viele Familienväter, Familienmütter verlieren da ihren Job auf der Geschäftsstelle. Die können die zumachen. Die können drei, vier Leute da noch hinstellen, die dann, die das dann provisorisch machen. Ansonsten können die doch keine Gehälter mehr zahlen. Ja. Die müssen das Stadion wahrscheinlich verkaufen, so. Die müssen alle Catering-Rechte abgeben. Die, die, die müssen mit, wahrscheinlich mit Jugendspielern auflaufen, mit Jugendspielerverträgen, um irgendwie das hinzukriegen. Ich habe eben einen Stream gemacht. Da haben wir festgestellt, in der dritten Liga kriegt man etwas mehr als eine Million Fernsehgeld. In der zweiten Liga kriegen wir gerade ein, 20 Millionen. Das ist erst mal 20 Millionen, die du irgendwo auffangen musst. Und da reden wir noch gar nicht von Sponsoren, die vielleicht nicht mitgehen den Weg in die dritte Liga. Da haben wir ja auch gerade Riesenprobleme, auch mit dem Trikotsponsor, wo schon in der zweiten Liga scheinbar schwierig war, da ein gutes Unternehmen zu finden. Wie soll es denn in der dritten Liga sein, mit kaum Sichtbarkeit? Wo läuft denn die dritte Liga? Bei WowSky? Ja, auf jeden Fall nicht so. Das haben ja auch die ganzen Sponsoren so im Hinterkopf. Und ganz ehrlich, da musst du, da musst du echt rigoros aussortieren. Gerrads, wenn er, wenn er noch Trainer bleiben sollte im Winter, muss hingehen. Guck mal, hier der Baumgartel, der hat, der der Seguin, weiß ich nicht, aufgemuckt. Der Kaminski vielleicht von der Qualität, passt nicht mehr. Ovean hat mich angemacht während des Spiels. Das, 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 das. Diese zehn Spieler alle weg. So, dann holst du da ein paar neue, vielleicht auch per Laie erst mal und ein paar aus der Jugend hoch. Und dann hast du wenigstens ein Team, was 100% gibt, was kämpft, was in die Sprints geht, wo du auch mal dein Spiel dreckig 1-0, 2-0, 2-1 gewinnen kannst, weil alle zumindest mal die 100% auf den Platz lassen und nicht nach 20 Minuten, 30 Minuten, wo die ein bisschen spazieren gegangen sind und dann immer mit 2-0, 3-0 hinten liegst. Das kann es ja nicht sein. Ja, also bin ich voll deiner Meinung, du musst im Winter wirklich einen kompletten Umbruch machen. Und damit meine ich jetzt nicht so einen Umbruch, wie wir die schon die letzten Jahre teilweise hatten, sondern einen wirklich richtigen Umbruch, weil jetzt geht es gerade wirklich um die Existenz, die komplette Existenz von diesem Verein. Und da muss man wirklich an allen Stellschrauben, wo man dran drehen kann, musst du auch dran drehen. Wie du gerade schon die Spieler auch angesprochen hast, bin da komplett deiner Meinung. Es gibt auch noch ein paar andere Kandidaten, über die man reden könnte. Aber das ist dann auch die Aufgabe von den Planern, die wir jetzt eben aktuell leider haben, muss man so sagen, wie es ist. Können wir auch, glaube ich, gleich nochmal kurz drüber sprechen. Haben wir aber eigentlich auch schon die letzten Wochen genug gemacht, wenn man mal ganz ehrlich ist. Es wird einfach immer, immer, immer mehr Kritik von uns, glaube ich, nur noch geben, weil es ist einfach der Wahnsinn, was die uns da für den Kader hingestellt haben und wie die sich da versuchen, gegenseitig die Jobs zu retten. Boah, Wahnsinn. Ja, und also ich bin echt überfragt, wie man jetzt da rauskommen soll aus dieser Krise so, weil, wie du gesagt hast, der Kaderplaner wird jetzt auch den nächsten Kader planen so, für die nächste Wintertransferperiode. Knebel ist schon enteiert, der wird, der wird nach der Saison, wird er uns verlassen. Ja. Soll jetzt aber, soll jetzt aber noch hier die Wintertransferperiode mit dem Heschelmann machen. Wir haben in dieser Phase, wo wirklich alles brennt. Setzt sich der Hefer da ins Interview und sagt, alles wird gut mit dem neuen Trainer und dem neuen CEO. So, nein, nix, alles wird gut. Wir haben voll das Problem im sportlichen Bereich, wir haben keine Führung, wir haben keine Kompetenz in der Kaderzusammenstellung, da jemanden, der einen vernünftigen Kader plant. Heschelmann ist ein Chefscout, der das scheinbar diese Aufgabe nicht gewachsen ist, der jetzt mit dem letzten Winter, wo der Jens, wo der Glückstransfer Jens mit dabei war, aber auch sonst die ganzen Spieler sind nicht so eingeschlagen. Jetzt im Sommer Vollkatastrophe und jetzt kriegt er noch den Winter. Das ist super, super schwierig, da sich vorzustellen, dass das jetzt in die Richtung geht, dass wir da, dass wir da wieder erfolgreich werden. Und der Heschelmann, der glaubt ja an seinen Kader, den er zusammengestellt hat. Wenn er jetzt wieder einen Umbruch macht, dann gibt er ja quasi recht, dass er einen schlechten Kader zusammengestellt hat. Und das ist halt auch so ein Riesenproblem. Keiner guckt dem irgendwie auf die Finger, weil ein Knebel ist schon weg. Und wer kann jetzt mitsprechen. Das Einzige, was passieren wird, ist, wenn jetzt die Wintertransferperiode auch kaputt geht, wenn die auch schlecht wird, dass er halt im Sommer gehen wird, weil dann wir uns neu aufstellen. Aber dann kann es schon zu spät sein. Dann können wir schon vielleicht in der dritten Liga sein. Und deswegen, ich glaube, sie werden keinen Umbruch machen. Die werden vielleicht ein, zwei Spieler holen und dann glauben oder hoffen, dass das irgendwie sich verändert. Aber das wird nicht passieren. Ja, es ist ganz, ganz schwierig. Die komplette Situation von uns ist völlig verzwickt. Wir haben jetzt auch schon wieder, muss man auch nochmal zusagen, auf die Tabelle ein bisschen draufblickt, haben wir jetzt wieder drei Punkte Abstand zum 15. mit Hansa Rostock, gegen die wir auch in zwei Wochen spielen. Und wir haben auch die schlechtere Tordreferenz. Das heißt, wir müssen jetzt das Spiel gegen Osnabrück gewinnen. Und selbst dann müssten wir darauf hoffen, dass Hansa Rostock ein bisschen aufs Maul bekommt, weil ansonsten werden wir auch nach dem nächsten Spiel immer noch Platz 16 und würden dann mit, also auf jeden Fall höchstens punktgleich gegen Hansa Rostock ins Spiel gehen. Und das ist dann wirklich der Abstiegskracher, den man hundertprozentig irgendwie dann auch noch gewinnen muss. Ja, sonst gehst du hundertprozentig als Sechzehnter in die Winterpause. Und das ist wirklich brutal. Und ey, glaubst du, wir gewinnen jetzt zwei Spiele in Folge? Nein. Also ich habe da überhaupt gar kein Gefühl dafür. Nein, wird nicht passieren. Ich glaube, selbst jetzt Osnabrück, das wird, dass wir das gewinnen, da würde ich kein Geld draufsetzen. Und wir reden hier von Osnabrück, 18. Platz mit 33 Gegentore, 14 Tore geschossen, so. Ich würde da kein Geld drauf wetten, so. Wenn du mich fragst, hier 50 Euro, willst du die verdoppeln? Niemals. Nein, ich will das nicht. Ich will diese Wette nicht eingehen. Ja, also ich sage, wir holen 1 bis 4 Punkte. Null glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass wir 1 irgendwie in Unentschieden holen. Und wenn wir Glück haben, holen wir irgendwie 4 Punkte. Aber selbst dann, muss man nochmal dazu sagen, da müssen wir gegen Fürth gewinnen, wenn wir jetzt 4 Punkte holen würden, damit wir irgendwie vielleicht auf Platz 15 rutschen. Und das ist, also das kann nicht unser Anspruch sein. Das ist wirklich furchtbar, was da für Arbeit geleistet wurde. Und mit was für einem Kader wir auch an diese Spiele die ganze Zeit gehen. Wirklich, wir werden gleich wieder über das nächste Spiel gegen Osnabrück reden. Und wir werden da Spieler aufstellen bei unseren Aufstellungen, auf die wir eigentlich gar keinen Bock haben. Wo ich am liebsten die ganze Zeit Jugendspieler, Jugendspieler, Jugendspieler sagen würde. Mir egal, mir egal, mir egal. Aber irgendwen musst du da hinstellen. Und es ist wirklich, nee, ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Ja, also die Tabellensituation, du guckst dir an, guckst auf die Tabelle, siehst du Elversberg, du siehst Punkte vor uns. Ja, ja. Die zwischenzeitlich auf Platz 3 waren an dem Spieltag auch mal. Ja. Das ist wirklich. Die Hinrunde ist quasi schon vorbei, drei Spiele sind es noch so. So, boah ey, was soll denn noch kommen so. Und was ich halt, was ich halt so erschreckend finde, ist, wir haben es nicht geschafft, immer noch nicht geschafft, eine Stabilität reinzukriegen. Wir kriegen einfach jedes Spiel, haben wir ja auch letzte Folge gesagt, jeden Spieltag kriegen wir mindestens einen Gegentreffer. Und anstatt sich da zu verbessern, werden wir noch schlechter, indem wir jetzt jeden Spiel, also zweimal in Folge jetzt die ersten 20, 30 Minuten einfach den Gegner komplett das Spielfeld überlassen, lassen, dass er Chancen über Chancen kriegt, dass wir dann mit zwei, drei Hütten zur Halbzeit gehen, so ne. Ja. Wie willst du, ganz ehrlich, so wie willst du Spiele gewinnen, wenn du permanent 2-0, 3-0 zur Halbzeit hinlegst? Das geht ja nicht. Nein, natürlich nicht. Vor allem auch nicht mit unserer Offensive. Wir haben eigentlich die, also wir haben noch ein paar Spieler, die eigentlich die Qualität haben müssten, aber sie bringen sie nicht auf Platz, sie spielen nicht gut zusammen, die suchen sich gegenseitig, aber finden sich nie. Und dann, das merkst du ja allein schon daran, dass unsere beiden Chaoten-Innenverteidiger die beiden Tore da machen, von drei Toren machen die Chaoten-Innenverteidiger zwei, dass da einfach ein riesiges Problem auch vorne klafft. Weil natürlich werden jetzt ein Kaminski und ein Kalasch nicht jedes Spiel ein Tor machen, das kannst du auch nicht erwarten, aber ich erwarte von denen, dass die hinten den Laden dicht machen und erwarte von unseren Offensivspielern, dass sie vorne mal ein paar Bälle wenigstens zusammen kombinieren können, aber das kann da vorne keiner. Keiner kann einen Stürmer in Szene setzen. Es liegt nicht am Trainer, es liegt einfach daran, dass das Team kein Team ist. So, das ist leider das Problem. Es ist schlecht zusammengestellt, die freuen sich alle auch nicht miteinander an, sondern macht jeder irgendwie seinen eigenen Ego-Film und versuchen irgendwie sich selbst noch halbwegs ins Schaufenster zu stellen. Und das war's. Mehr sehen wir gerade einfach nicht. Ja, und die Spieler, die passen den Ball immer hin und her, dann geht der Ball nach hinten. Die spielen halt keine vertikalen Bälle nach vorne, keine Bälle, die den Raum irgendwie öffnen. Wenn Platz da ist, dauert es sogar so lange, bis der Ball dann rübergespielt wird, sodass sich der Gegner da schon perfekt positionieren kann. Entweder dauert es zu lange oder die spielen halt komplett risikoarm. Das ist halt kaum Kreativität. positiv im Spiel, ne, nach dem 3-0 ist man ja so halbwegs zurückgekommen. Ja. Ja, auch nach dem Gegentreffer dann hat man weitergemacht, kam sogar zu einem 4-3 und man war wirklich dran, ne, man hatte Chancen, so, man war auch besser dann in dem Zeitpunkt. Und dann natürlich so hat dann Düsseldorf dann mit dem 5-3 den Deckel zugemacht, aber das ist vielleicht so... Also man kann sagen, die Mannschaft ist nicht komplett tot, oder? Wie kann man das jetzt so bewerten? Also die Stimmungslage ist auf jeden Fall komplett tot. Auch was sie generell, glaube ich, auch im Team angeht, ist da, glaube ich, auch ziemlich viel schon weg. Aber sie haben sich nicht 100% aufgegeben, aber in der ersten Halbzeit haben sie sich mindestens mal zu 95 aufgegeben. Es war eine kleine Reaktion zu sehen, dass sie es zumindest mal versucht haben. Also ich glaube, die Ansprache in der Kabine hatte sich dann auch ordentlich gewaschen von Gerrits. Weil das war auf jeden Fall deutlich besser als das, was man in der ersten Halbzeit bekommen hat. Lag aber auch, finde ich, zum Teil daran, dass Düsseldorf einfach nicht mehr viel fürs Spiel machen musste. Also die haben eine 3-0-Führung gehabt, konnten das irgendwie verwalten. Nach unserem ersten Gegentreffer haben die dann auch direkt wieder eins gemacht und mussten dann halt nochmal ganz kurz zittern, als wir einen Doppelpack aus dem Nichts gemacht haben. Das war ja auch nach dem Anstoß dann direkt das eine Gegentor, wo die halt quasi noch so gedanklich so, ja, genau, das war jetzt nicht wirklich so. Ich glaube, die haben das auch wirklich einfach nicht mehr ernst genommen. Wir haben so gedacht so, ey, wir hätten den gerade in der ersten Halbzeit, hätten wir den sechs Dinger einschenken können. Mein Gott, wenn die jetzt ein bisschen ernster spielen, drücken wir denen halt wieder ein neues Tor rein und alles ist gut. Also so hat es zumindest auf mich gewirkt. Ob das jetzt wirklich so ist, gut, steht in den Sternen. Aber auf jeden Fall haben sie ein bisschen verhaltener gespielt, mussten nicht mehr auf Tore spielen, was logischerweise der Fall ist, wenn man 3-0 führt. Gegen Ende haben die schon gezittert, weil dann haben die auch auf einmal Zeitspiel gemacht, dann der Torwart hat da ein paar Sachen gemacht. Klar, wenn du auf einmal 3-4 bekommen hast, dann musst du auch natürlich das Spiel wieder ernst nehmen. Aber ich bleibe dabei, dass sie zu dem Zeitpunkt, wo wir diese Tore gemacht haben, da auf jeden Fall nicht bei 100 Prozent waren. Ja, genau. Die haben es ernst genommen, aber sie haben es nicht mehr mit voller Emotionalität in jeder Situation gespielt. Das kommen wir zum Thema. Das ist nämlich genau das, wie wir die ganze Zeit spielen. Ja, also du merkst wirklich in der ersten Halbzeit vor allem immer, dass die Spieler da reingehen und denken, ja, das machen wir schon irgendwie. Aber es ist leider nie der Fall. Was ich halt nicht checke, ist, damals in der Abstiegssaison, Tasmania-Saison in der ersten Liga, da war es ja so, die ersten 20 Minuten sahen immer ganz gut aus. Und dann nach dem Gegentreff war es die Mannschaft immer eingebrochen und dann sind die 5-0 rausgegangen. Jetzt ist ganz komisch, die verlieren so seit Minute 1, sind die schon gar nicht auf dem Platz. Dann haben die erst mal zwei, drei Gegentore und dann kommt irgendwann die Reaktion so mitten im Spiel. Das sehe ich nicht so, weil normalerweise sollte es ja so sein. Das ist alles nämlich vorgezogen, habe ich so das Gefühl. Also die Phase, wo die schon Köpfe unten haben, beginnt schon mit Spielbeginn. Minute 1, ja. Und dann irgendwann, ja, und die Reaktion, die die Spieler in der Abstiegssaison am Anfang des Spiels hatten, haben wir zum Ende des Spiels, also quasi einfach alles ein bisschen verschoben. Ja, gut, keine Ahnung. So nach der ersten Halbzeit so. Du verschläfst erst mal die komplette erste Halbzeit und dann sind die warm gelaufen und dann fängt das Spiel so erst an für die, gefühlt. Ja, ja. Es ist unfassbar, wirklich unfassbar. Und ja, wir müssen da auf jeden Fall die Reißleine irgendwie ziehen. Was ich positiv fand, sind so Leute wie Idrisi, wie Kierke Topp oder so. Moa. Moa auch. Die müssen spielen. So Leute, die sich den Arsch aufreißen. Deswegen wurde es ja auch besser, weil wir dann ein paar Leute gewechselt haben. Ist ja auch einfach so, wenn du da drei, vier Leute dabei haben, die keinen Bock haben, die gar keine Moral, gar keine Leistung zeigen. Ist ja klar, dass wenn du die austauschst mit Leuten, die vielleicht von der Qualität her nicht so gut sind, aber wenigstens das Fußball-ABC abspulen, dass man dann als Mannschaft einfach besser spielt. Das ist normal. Und da muss ich auch sagen, schmeiß doch lieber jetzt hier so einen Thunder-Slot rein, der im Testspiel ganz gut war. Das habe ich auch nicht verstanden. Warum jetzt Gerrits da sich gesagt hat, der darf nicht mal in den Kader, weiß ich nicht. Also der hat so eine super Leistung im Testspiel gezeigt. Warum holst du ihn dann überhaupt in das Testspiel rein, wenn du ihn dann nicht dafür belohnst? Also das ist jetzt genauso, wie wenn du jetzt Idrisi da heute die Chance, heute, vor, ja gut, vor 24 Stunden circa die Chance gegeben hast und dann einfach jetzt sagst, okay, der ist nächstes Mal wieder nicht im Kader. So ungefähr so wäre das. Und das verstehe ich dann halt nicht. Wenn du so einem Spieler die Chance gibst, dann musst du ihn auch irgendwie dafür belohnen, wenn er sie nutzt. Und das hat er in dem Fall nicht getan. Ist jetzt kein großer Trainer-Vorwurf. Ich bin trotzdem eigentlich überzeugt von dem Trainer. Aber ich finde, wenn du ihm die Chance gibst, dann nimm ihn auch mit zu einem richtigen Spiel. Aber das muss ich sagen, das gefällt mir nämlich auch nicht beim Gerrits. Und das zieht sich schon so ein bisschen jetzt durch. Weil auch ein CC nach Pauli, wo ich fand, der hat ein gutes Spiel gemacht, hat bis dato dann nie wieder eine Minute gesehen. Und das ist halt die Sache, Matriciani über rechts oder ein Kaminski in der Mitte, das ist ja nicht so, dass die da gute Leistung zeigen, dass die sagt, okay, der andere hat zwar auch gute Leistung gezeigt, Konkurrenzkampf und einer muss halt spielen, sondern die spielen halt tausendlos schlecht. Wie viele Tore sind jetzt wieder über Matricianis Seite gekommen? Vier von den fünf oder fünf von den fünf? Ich glaube, alle sogar. Alle so, ja, das ist halt, das ist zu viel. Und irgendwann musst du halt mal sagen, okay, jetzt muss ich was verändern, jetzt muss ich mal reagieren, auch dem Jungen zuliebe so. Und ich fand, Matriciani war wenigstens nur einer, der gekämpft hat. Aber dann ist bei ihm halt vielleicht gerade die Form und die Qualität, die nicht passt. So. Ihm würde ich jetzt nicht sagen, äh, hau ab im Winter, sondern komm wieder so ein bisschen in Form und dann spielst du. Bei der U23 Spielpraxis sammeln und dann irgendwie wieder, ja. Ja, genau so. Was ich auch nicht verstehe, ich weiß nicht, ob du da vielleicht irgendwie eine andere Meinung zu hast, aber Brunner hat ja in dem einen der Testspiele, hat er ja 90 Minuten durchgespielt. Und man kann sagen, was man will mit Spielfeld, bla, bla, bla. Aber ich verstehe nicht, warum, wenn der vor einer Woche 90 Minuten durchgespielt hat, warum der dann jetzt nicht mal im Kader ist. Also von mir aus, dann sag halt, okay, du kannst mit ihm nicht direkt starten, aber dann nimm ihn auch wenigstens mit in den Kader. So, das kann ich nicht nachvollziehen, wenn du so ein riesiges Problem da rechts hast, dann muss der nach 90 Minuten, die er so spielen konnte, auch irgendwie bei einem Zweitligaspiel, wo du sonst mit dem Patriciani 90 Minuten durchspielen musst, äh, im Kader sein. Keine Ahnung, verstehe ich nicht. Safe, zumal wir, was ich auch nicht verstanden habe, einfach drei Mittelstürmer mit auf der Bank sitzen hatten, so. Hey, hey, du hast einen Polter, der Rodde unten, Kicke, Top, da so rumsitzen. Und was man da auch nochmal dazu sagen muss, wir haben ja ordentlich aufs Maul bekommen, das heißt, du musstest offensichtlich wechseln und es sind trotzdem nicht alle drei auf den Platz gekommen, dann brauchst du auch keine drei auf der Bank, so. Nee, voll. Habe ich null verstanden, so. Und, ähm, der Rodde ist halt einfach nur mitgefahren, so. Keine Ahnung. Ja. Ich habe auch nicht verstanden, wieso Kabadai nicht eingewechselt worden ist, so als Wirbelwind, so. Gerade so in der Endphase, ne, wo man nochmal hier so Räume hatte und wo Düsseldorf, der hätte dann den Knoten in die Beine spielen können, vielleicht irgendwie einen Elfmeter noch ziehen können, so. Weil Düsseldorf war da echt von der Rolle am Zittern und, ähm, die wurden echt auch, äh, von den Gedanken wurden die immer langsamer, so. Die waren wirklich am Nachdenken, so in den Aktionen und, äh, da hätte so ein frischer Kabadai hätte da schon, glaub ich, so was bewirken können. Fand schade, dass der nicht gekommen ist. Hat man ja beim Idrisi auch gesehen, der ja auch so ein Typ, bisschen auch so ein Dribbler ist, der eine enge Ballführung hat und hat man auch gesehen, dass der da eine Menge bewirkt hat und, ähm, ja, das sind so halt mehrere Punkte, die ich auch beim Gerrads mittlerweile auch nicht so nachvollziehen kann. Vor dem Spiel hab ich auch gesagt, hä, wieso Lasso? Muss ich jetzt sagen, nach dem Spiel war es in Ordnung, hat ein Tor gemacht, eine Vorlage gemacht. Ähm, ja, aber keine Ahnung. Also, was ich halt beim Terodde nachvollziehen kann, ist, warum der nicht spielen lässt, ist, weil du in der zweiten Liga gerade Schwierigkeiten hast, Chancen zu kriegen. Und wenn du Schwierigkeiten hast, Chancen zu kriegen, dann spielst du mit Terodde zu 10. Ja, aber ich finde, ich finde da halt, ähm, also vorm Spiel kann man das so sehen, weil Düsseldorf wird einfach auch logischerweise dann auch in der ersten Halbzeit vor allem die spielbestimmende Mannschaft war, aber dann in der Phase, wo du offensiv spielen musstest, wo du nochmal alles versuchen musstest und auch die Chancen erspielt hast. Ähm, finde ich persönlich, hättest du so jemanden wie Terodde schon teilweise gebrauchen können, ähm, auch wenn du deinen stärksten Flankengeber mit Aue ja nicht mehr auf dem Platz hattest, ähm, hattest du trotzdem noch einen Mohr, der auch nochmal eine super Flanke zum, ich glaube, dritten Tor war es dann geschlagen hat, ähm, auch sogar mit dem rechten Fuß, obwohl er eigentlich links Fuß ist. Also, ich finde schon, dass du dann Terodde hättest brauchen können, weil da hast du es ja dann irgendwie auf einmal hinbekommen, ein Spielsystem zu haben, wo du Chancen kreiert hast, natürlich auch aufgrund der Passivität von Düsseldorf zu dem Zeitpunkt. Aber, ähm, ja, prinzipiell kann ich deine Einschreibung dazu schon verstehen, weil wir sind halt einfach echt extrem oft ein Mann weniger gewesen mit Terodde, weil wir einfach kein Spielsystem entwickeln konnten. Ja, ich meine, Terodde ist super, auch in der zweiten Liga gerade, wenn, wenn er Bälle kriegt, wenn wir, wenn wir so ein Spitzenteam sind, also Pauli mit Terodde, die hätten jetzt noch, äh, 10 Tore mehr oder so, ne? Oder hier so ein, auch in Düsseldorf von mir aus, ne? Also, Terodde hätte auf jeden Fall ein Tor mehr. Ich weiß nicht, ob Pauli jetzt mehr Tore geschossen hätte, aber Terodde hätte auf jeden Fall bei Pauli aktuell so um die 12 Tore safe gemacht, ähm, ohne Verletzung, weil der einfach immer noch die Qualität hat. Wenn er Chancen bekommt, macht er die Dinger auch rein. Ähm. Ja, aber ich meine, ich meine, ich meine auch, dass, dass auch Spitzenmannschaften von so einem Terodde profitieren. Ich glaube schon, dass auch Pauli dann mehr Tore macht, weil der halt eine ganz andere Trefferquote hat, als vielleicht die Spieler, die bei Pauli gerade, ähm, hier nicht aus jeder Chance ein Tor machen, sondern vielleicht drei, vier, fünf Chancen dann brauchen, ne? Ich gebe dir ja recht, nur bei Pauli ist halt auch das Ding, dass generell dieses ganze Team ineinander greift aktuell. Und ich glaube auch, wenn du da halt jemanden rausnimmst, lässt das natürlich auch ein paar andere positive Attribute eben liegen. Deswegen glaube ich nicht, dass es unbedingt jetzt vielleicht 10 werden. Das meine ich jetzt einfach nur damit. gehört. Prinzipiell stimme ich dir aber zu, ähm, Terodde würde dir natürlich auch brutal helfen. Ähm, und du als Abstiegsmannschaft bekommst es halt mit Terodde einfach nicht hin. Das ist genau das erste Problem, was wir auch mit ihm hatten. Ja, voll. Ähm, dass er da dann einfach nicht funktioniert. Und, ähm, deswegen, das ist ja auch der Grund, warum ich immer noch Vertreter der Meinung bin, dass Terodde vor zwei Jahren bei Bayern auch seine Tore gemacht hätte. Ähm, mehr als er bei einem Absteiger machen würde, weil er eben einfach diese Qualität hat, Dinger reinzumachen. Aber wenn er keine Chancen bekommt, dann kann er auch keine Tore schießen. Und das ist genau das, Problem, was wir gerade haben. Wir haben einfach keine Chancenkreierer aktuell bei uns. Und auch kein gutes Zusammenspiel. Und dann kannst du auch nicht von einem Terodde erwarten, dass er Tore macht, wenn er nie einen Ball auf den Fuß bekommt, ähm, Sechzehner. Das funktioniert nicht. Wollen wir mal ein bisschen so sprechen, was man im Winter verändern kann, also im Kader? Ja, weil, du hast jetzt gesagt, ähm, du brauchst kreative Spieler. Ich sehe überall irgendwie eine Baustelle, ne? Ja, du kannst alles verbessern eigentlich. Es ist wirklich, also das Einzige, das Einzige, wo ich sage, du musst nichts machen, ist im Tor. Ähm, du kriegst Müller bald wieder, hoffe ich. Ähm, ja. Ansonsten hast du da immer noch einen Langer, der eigentlich immer zur Stelle ist. Ähm, auch wenn wir jetzt viele Keeperwechsel hatten und das nicht zuschrecklich für unsere Situation war, ähm, finde ich trotzdem, dass alle Keeper irgendwie schon ihre Qualitäten haben und ihre Daseinsberechtigung haben. Nur es darf einfach nicht mehr so verletzungsanfällig dahinten alles sein. Das ist unser großes Problem. Ähm, ja, wie siehst du? Sag also, wie du siehst du? Wie siehst du? Ja, wir lassen mal jede Position durchgehen. Ähm, Vorwart bin ich bei dir. Ich würde das einfach genauso lassen, wie es jetzt ist. Ähm, genau, dann machen wir weiter mit der Innenverteidigung. Ähm, da würde ich Baumgartel, Kaminski, äh, versuchen zu verkaufen. Und es müssen mindestens zwei neue kommen, wenn man weiter mit Dreierkette spielt. Und einer muss enorme Qualität haben, quasi du brauchst einen neuen Abwehrchef. Ja, komplett. Ähm, stimme ich dir voll zu. Ähm, und was auch auf jeden Fall nicht mehr passieren nach? Ich finde, Kalash darf auch nicht erste Wahl sein. Der ist in Ordnung von mir aus als Backup. Dann kannst du den da auch mal reinwerfen. Aber es darf halt nicht, ähm, so weitergehen, dass Kalash jetzt immer erste Option ist und da in der Dreierkette immer Stamm gesetzt ist. Da muss einfach Qualität dazukommen. Da brauchst du ja quasi drei Leute, wenn du Baumgartel und Kaminski äh, äh, verkaufst. Eigentlich fast schon. Weil, also ich finde nicht, also ich weiß nicht, wie du das siehst, würdest du mit, äh, Kalash in die Rückrunde reingehen? Also ich finde nicht, dass er bisher jetzt so viel gezeigt hat, dass man sagen könnte, das kann man problemlos machen. Ja, ich muss sagen, ähm, ich würde sagen, klar, ich hätte, der ist kein Verteidiger, mit dem du jetzt aufsteigst oder so. Aber der bringt zumindest mal eine gewisse Schnelligkeit mit, eine gewisse Zweikampfwerte mit, so. Und, äh, ich denke mir so, du kannst halt nicht jeden Spieler abgeben, so, ne? Ich finde schon... Nee, abgeben nicht, nein, 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 abgeben will ich ihn auch nicht. Also, ich meine halt, wenn dann, ähm, hast du ihn halt quasi so als ersten Spieler parat, der reinrutscht, genau, der reinrutscht, falls jemand verletzt ist. Weil du kannst es nicht, finde ich, so planen und sagen, okay, du gibst jetzt Kaminski und Baumgartel ab. Ich denke mal, wir sind uns einig, Möken wird jetzt auch nicht ewig in der IV bleiben. Der hat es in den ersten Spielen ganz gut gemacht, aber du merkst es auch schon, verschwendet, er hat offensiv viele Akzente, die man gebrauchen könnte, hat ja auch, ich glaube, zwei Tore sogar geschossen, Vorlagen hat er auch schon gemacht. Ähm, dementsprechend brauchst du den irgendwann dann auch auf der Position, wo dann ein Aujan vielleicht abgegeben wird, zusammen mit einem Mordern. Ähm, das heißt, du brauchst, wenn du eine Dreikette weiterspielst, eigentlich drei startende Innenverteidiger. Und deswegen kann ich mir halt eigentlich auch fast schon vorstellen, dass man vielleicht, weil wir hatten ja, wir hatten ja schon so ein bisschen Viererkette jetzt wieder gesehen, dass man da vielleicht auch zurückrutschen könnte, weil du einfach, du hast ja keine Innenverteidiger. Ja, müsste man, müsste man machen, so. Ich meine, guck mal, wie ist denn dann die Situation im Winter, wenn wir Baumgartel und Kaminski abgeben, ähm, würden. Ich meine, selbst wenn du die, wenn du die nicht abgibst, die sind halt auch dann trotzdem in der Dreierkette und du bist, bist traurig, dass du die gerade aufstellen musst, so. Ja. Ähm, und dann hast du einen Greimel, so, der, der halt verletzt ist und man weiß nicht, wann er zurückkommt und man weiß auch nicht, wie er zurückkommt und ob er zurückkommt und sich nicht dann sofort wieder verletzt. Da hast du einen Matriciani, einen Kalasch und einen Cissé. So, Matriciani ist total in, 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 in einer unterirdischen Form. Ein Cissé wird scheinbar trotzdem nicht eingesetzt, ähm. Was ich nicht verstehe, aber ja. Und der hat auch, ja, und er hat auch, ja, und er hat auch gerade mal zwei Zweitligaspiele bisher auf seinem Buckel. Wobei, ein Zweitligaspiel und ein, äh, äh, Pokalspiel. Ja, und, und dann hast du noch den Kalasch, wo du gesagt hast, okay, den würde ich gerne als ersten Backup haben. Ist schon, also, ist schon crazy so, was du da für Spieler gerade hast in der Innenverteidigung. Ja, entweder auf Viererkette gehen und dann zwei neue holen oder Dreierkette und dann fast sogar drei neue holen, ne? Ja. Oder halt ein Experiment mit einem von Cissé, Kalasch, Greimel und Matriciani dann machen. Ja, also, wo wir uns, glaube ich, auf jeden Fall beide darauf einigen können. Baumgarte und Kaminski müssen abgegeben werden, beziehungsweise versucht werden abzugeben. Ähm, und dann musst du halt logischerweise mindestens zwei neue holen. Ähm, genau wie du es dann machst mit den Neuzugängen ist dann halt die Frage, musst du halt auch dann schauen, welche Qualität bringen die mit? Sind die eher Backup, sind die Start-App-Spieler? Und dann kannst du halt immer noch schauen, okay, gehst du mit einem Kalasch weiterhin? Ähm, Spiel zu Dreierkette, Spiel zu Viererkette, davon ist viel abhängig und ich glaube, da können wir auch im nächsten Spiel dann schon mehr zu sagen, weil wir dann sehen werden, ob Gerads weiterhin auf die Dreierkette setzt oder ob er auf eine Viererkette wechseln wird. Ähm, ich würde schon fast sagen, dass wir zu den Außenverteidigern gehen, oder? Ja. Ja. Da haben wir Ovejan, Mörkin und Brunner. Ich muss sagen, Brunner ist auch so ein Kandidat, wo ich sage, den könntest du auch in einer Dreierkette als rechten Innenverteidiger spielen, dann hättest du vielleicht einen von diesen drei Positionen schon. Könntest du machen, wobei ich halt mittlerweile sagen muss, ich weiß nicht, ob du halt mit Mörkin und Brunner in der Dreierkette wirklich dann auch das jetzt so eine super Lösung wäre. Ähm, auf jeden Fall nicht schlechter als die aktuelle, keine Frage. Aber, ähm, die optimalen Lösung wäre es glaube ich auch nicht, weil die jetzt auch beide keine großen Spieler sind. Ähm, die rennen jeden Ball hinterher und kämpfen drum. Aber die haben jetzt nicht diese immense Zweikampfstärke, die du eigentlich als IV brauchst. Deswegen finde ich, wäre es, wenn du beide jetzt in die IV packen wollen würdest, wäre das eine Notlösung bis Winter und danach müsstest du dann aber auf eine Viererkette wechseln, weil die beide für eine Viererkette, finde ich, viel besser geeignet sind. Ja, also meine Perspektive ist halt mit Mörkin, ähm, ihn auf die Schiene einzusetzen und auch ein, ähm, ein Morder einzuplanen und Ovejan würde ich halt verkaufen. So, dann hast du die linke Seite zumindest fix, hast den Torwart fix, linke Seite fix, rechts brauchst du dann ein oder zwei neue, vielleicht holst du den Fandarslot hoch oder Matriciani da als Backup und dann brauchst du halt einen richtig guten Starter und Brunner wäre dann vielleicht sogar ein Innenverteidiger und dann reicht es vielleicht auch mit zwei Innenverteidigern, die du dann neu holen würdest. Ja, also ich glaube, ich glaube auf jeden Fall können wir, wie man das jetzt genau spielt, ist die andere Frage, aber wir können uns auf jeden Fall darauf einigen, dass man ähm, als abgebenden Aoyan auf jeden Fall sehr stark in Betracht ziehen sollte, ähm, weil der ist ablösefrei, der will nicht verlängern, wir wollen glaube ich mittlerweile auch jetzt spätestens nicht mehr verlängern und äh, da müssen sich die Wege einfach kreuzen, das war mal ein Jahr ganz nett mit ihm, aber seitdem ist es ein Auf und Ab mit ihm, er ist verletzt, äh, bringt keine Leistung, dann bringt er mal kurz Leistung und man denkt, okay, jetzt kommt Aoyan langsam wieder und dann ist es schon wieder vorbei, es ist jedes Mal derselbe Kreislauf seit anderthalb Jahren, ähm, und das muss man einfach irgendwann auch einsehen, dass es einfach vorbei ist. Für mich war der nur in der ersten Halbserie super, danach, ich meine, der hat sechs Score gemacht, das ist viel, gerade auch für unsere Verhältnisse, wie viel haben wir gemacht die Tore, äh, weißt du das aus dem Kopf? Ja, jetzt gerade, 23, ja gut, okay, das ist richtig. Ich hab mir jetzt gedacht... Achso, du meinst jetzt gerade, ich dachte mir jetzt vor, vor zwei Jahren. Ne, also der, der ist an, an jedem vierten Tor ist er beteiligt gewesen, aktuell. Ja, in der Saison ist er auch wieder von Score an her stark, hab ich auch gesagt, also das kann man ihm nicht absprechen, dass er da schon die ein oder andere gute Aktion hatte, aber du kannst ja keinen Spieler aufstellen, der der die ganze Zeit, der steht wirklich fast nur rum und wartet darauf, dass er irgendwann mal einen Ball reinschlagen soll und das kannst du, auf welche Position sollst du so einen Spieler raufstellen? Nein, äh, Verteidiger schon sogar am allerwenigsten, da kannst du dann schon eher sagen, auf dem Flügel, aber dann hast du halt keinen, der da irgendwie mal ins Dribbling gehen kann, ähm, ja, ist dann einfach eine verschenkte Position. Ja, und wenn du die Standards schießt, kommst du per se erstmal auf mehr, äh, Vorlagen und auch auf Tor, wenn du die machst, ne? Ja, okay, äh, würdest du das denn auch so machen, Mürken, Moor und dann rechts noch ein, zwei Leute holen, oder? Also du würdest dann quasi mit der Doppelschiene Mürken, Moor gehen, also würdest du dann zum Beispiel Mürken auf rechts oder würdest du sagen, die beiden bleiben links und rechts holst du Neuer? Die bleiben links, rechts würde ich dann halt einen qualitativen, äh, Schienenspieler holen und hätte dann da Brunner und Matriciani noch als Backup und Brunner halt auch mit Perspektive in der Innenverteidigung, dass du den dann da so wechseln kannst, wo du den halt gerade brauchst. Finde ich auch so eine gute Herangehensweise, wenn du in der Dreikette planst, dann würde ich das auch so machen, ähm, ansonsten musst du halt schauen, ich hätte eigentlich die Idee, hatten wir eigentlich auch vorher vermutet gehabt, dass man das mal testen wird mit Mürken als rechten Schienenspieler, weil du da ja auch eigentlich ein großes Problem hast mit Matriciani, ähm, aber da hat er ihn halt als IV geplant und da hat er ja auch irgendwie zu Beginn funktioniert, nur mittlerweile könntest du es eigentlich auch schon wieder fast ausprobieren, ihn dann jetzt nochmal für die letzten Spiele nach rechts zu packen, ob er da funktioniert, ähm, weil Mürken ist ja eigentlich die Allzweckwaffe bisher gewesen, hat er überall gespielt, warum soll er nicht rechts auf funktionieren, ähm, könnte man vielleicht nochmal testen, nur dann hast du halt wieder ein Innenverteidiger-Problem und da Cissé anscheinend aktuell ziemlich weit weg von der Startelf ist, ist es halt schwierig, du kannst jetzt nicht wieder mit Baumgartel, Kaminski und Kalasch in die Spiele gehen, ähm, dann brennt der Laden endgültig ab. Ja, es ist alles eine schwierige Situation, ich glaube aber auch, dass es prinzipiell eine gute Planung ist, wenn wir in der Dreieckette bleiben, Mürken, Moa links, auf jeden Fall super solide und, ähm, ja, rechts musst du dann auf jeden Fall irgendwas Hochkarätiges holen, weil sonst wird es ganz schwierig. Okay, dann haben wir im Mittelfeld, ich würde sagen, einfach mal die komplette Zentrale, äh, das wird jetzt lustig. Ja, also wir haben Schallenberg, Tauer, Oedraogo, Tempelmann, Seguin, Latza, Drexler, Idrissi. Du hast ja gesagt, du willst einen Kreativspieler, ich bin ehrlich, ich will eigentlich auch einen vernünftigen Sechser noch haben. Ja, das ist gerade, also, also der Sechser ist neben, äh, mit der Matriciani-Position, meine Güte, neben der Matriciani-Position, ist schon fast ein Zungenbrecher hier, ähm, fast schon die wichtigste Position, also Schallenberg funktioniert überhaupt gar nicht, also jetzt auch das Spiel gegen Düsseldorf fand ich den furchtbar, wirklich furchtbar, ähm, da muss unbedingt was passieren, ähm, Latza, was ist eigentlich mit dem, ist der verletzt, war der, der war nicht im Kader, oder? Keine Ahnung, ja, also der war mal mit Verletzung. Ich glaube, da war er mit Verletzung wieder, oder krank oder so. Ja, ja, ich, also ich, der war auf jeden Fall zwischenzeitlich ist er ausgefallen, aber ich hab eigentlich gedacht, dass jetzt wieder alle Spieler fit sind, außer die Langzeitverletzten und so, aber. Aber er war nicht im Kader, hab ich jetzt auch nochmal nachgeguckt, also, da scheint noch irgendwie Wehchen bei Latza zu sein, weil den fand ich ja vom Formhoch eigentlich ganz ansprechend wieder, dass man den spielen lassen könnte. Ja. Schallenberg, tut mir leid, aber ich hab langsam echt genug gesehen, den kannst du eigentlich auch schon wieder abgeben, finde ich, ähm, wenn du da irgendwie ein vernünftiges Angebot kriegst, was noch irgendwie die Millionensumme erreicht, dann mach's gerne, ähm, dann hast du zumindest noch mal ein bisschen nicht rausgebunden aus der ganzen Nummer. Ansonsten, wenn du sagst, okay, du vertraust noch ein bisschen darauf, dass es noch kommt, von mir aus, dann mach das da noch, aber du brauchst auf jeden Fall trotzdem einen Sechser, den du holst, ähm, der irgendwie Defensivqualität mitbringt und auch ein bisschen Mentalität. Ja, hol ein paar Halsern von mir aus wieder, aber mach irgendwas auf dieser Sechs, ähm, das kann wirklich so nicht weitergehen. Dann Tauer finde ich in Ordnung, aber er spielt halt nie. Ich check auch nicht, wieso der nicht spielt, so, ne? Also der ist so eigentlich so ein Sechser, der mal da, ja, der mal so richtig dazwischenhauen kann, so. Ja, verstehe ich überhaupt nicht. Dann, äh, Tempelmann war jetzt gegen Düsseldorf auch nicht gut, aber ich hab jetzt zum Beispiel bei manchen Spielern weniger verstanden, als bei Tempelmann, dass er ausgewechselt wurde, also da muss ich sagen. Ja, hab ich auch, hab ich auch so gedacht, hä, wieso jetzt Tempelmann auch und so, aber. Ist okay, weil man muss wirklich sagen, er wurde gar nichts festgehalten hinten, die Defensive war bodenlos und da ist er auch Teil von, als Sechser, aber, ähm, da muss ich trotzdem sagen, ist ein okayer Einkauf gewesen bisher, ähm, kann man trotzdem jetzt nicht sagen, dass man ihn abgeben müsste. Seguin, äh, weiß ich nicht, also, war in Ordnung jetzt nach der Einwechslung, aber ich finde trotzdem auch bei den ganzen Bemerkungen, die man von ihm hört, dann hat er seit sechs Wochen Durchfall, keine Ahnung, also, das ist alles aber keine Motivation, Fußball zu spielen, ähm, und auch keine Motivation für Abschiegskampf. Ja, ich meine, ich fand, ich fand sein Spiel vernünftig, ball sicher und gute Pässe gemacht, so. Ja, es war in Ordnung, aber mehr war es halt auch nicht, keine Ahnung. Aber, ja, aber wenn du die ganze Saison guckst, was der geleistet hat, der hat jetzt eine Vorlage gemacht, der war wirklich, wie du gesagt hast, immer mal wieder raus, dann kam die Bemerkung über seinen Vater, man hört so aus den Medien, der hat gar keinen Bock mehr auf Schalke und so, ich würde mich einfach von dem trennen, das ist halt, wie ich eben gesagt habe, Gift für die Mannschaft, so, ne? Solche Spieler, die vielleicht auch Qualität haben, die jetzt mal reingekommen sind und mal gezeigt haben, die können ja auch kicken, so. Ja, aber du kannst dich halt nicht auf so Leute verlassen, du kannst dich auch nicht auf den Oberjahn verlassen, so, wenn ja jedes dritte Spiel keinen Bock hat, ja, dann solche Spieler brauchst du nicht. Es gibt Leute, die in der Kreisliga jedes Spiel 100 Prozent geben, die nichts bezahlt bekommen, einfach zum, weil die diesen Sport lieben, weil die, weil die es lieben oder weil die auch einen Ehrgeiz haben. Aber unsere Spieler haben keinen Ehrgeiz. Die sind, die sind, die sind weichgespült worden. Generell viele Profispieler, die haben so viel Geld verdient, die sind, die haben keinen Hunger mehr. Ich habe gehört jetzt letztens, es gibt Spieler, die, die, die hatten keinen Bock, Fußball zu spielen. Die wollten lieber Basketball spielen, aber haben dann Fußball gespielt, weil die, weil die das, das besser konnten. Ich brauche, wie, welcher Spieler war das? War das, äh, auch ein bekannter, ich glaube, bei Menü oder so hat der gespielt. Ich will jetzt, Tavis glaube ich nicht, der hat einfach nur immer schlecht trainiert, aber welchen Spieler war das, der, ach, ach, Mexikaner war das, Mexikaner war das, glaube ich. Ist ja auch egal. Bei Mexikaner denke ich immer an Chicharito, keine Ahnung. Aber ich weiß, ich weiß nicht, wie du meinst, keine Ahnung. Ist ja auch egal, ähm, jedenfalls, äh. Ich weiß, was du meinst, einfach diese Liebe zum Sport, die fehlt einfach teilweise bei einigen Spielern auch. Ähm, die Verbundenheit zum Verein merkst du generell bei sehr wenigen aktuell, ähm, wenn schon fast eher bei gar keinem, also selbst so ein Spieler, wo du eigentlich die ganze Zeit dachtest, okay, die sind wirklich mit 100 Prozent beim Verein dabei, so Leute wie Terrode, Fehrmann, ähm, solche Leute wirken auch aktuell eher lustlos und nicht wirklich motiviert, irgendwas ändern zu können, zu wollen, ähm, irgendwie was zu ergreifen, zu sagen, Jungs, es geht um das und das, ähm, weiß man nicht, ob da vielleicht trotzdem in der Kabine solche Ansprachen mal kommen, aber man sieht sie halt auf dem Platz überhaupt nicht. Also auch in Terrode ist da, wo er dann gespielt hat, leider relativ ruhig gewesen, ähm, obwohl er ja sonst in der Bundesliga-Saison eigentlich relativ lauter Spieler teilweise war, ähm, ja, sehr schade zu sehen, aber bleiben wir mal beim Mittelfeld, äh, ich finde, Seguin, gebe ich dir recht, sollte man abgeben, wenn man dann auch irgendwie eine halbwegs schavile, sechsstellige Summe bekommt, dann gerne weg. Und Schallenberg, ähm, wie gesagt, ab einer siebenstelligen Summe würde ich sagen, auf Wiedersehen, ansonsten kannst du vielleicht noch darauf hoffen, dass da noch was kommt. Und dementsprechend brauchst du auf jeden Fall mindestens einen sehr guten Sechser, ähm, aber ich finde sogar, wenn du einen Mittelfeld-Spieler holst, reicht das eigentlich sogar theoretisch aus, weil du ja eigentlich noch einen Tower hast, der da spielen kann, du hast einen Tempelmann, du hast auch dann noch einen Schallenberg, wenn du dann, äh, ihn eben nicht abgeben solltest. Also da hast du dann trotzdem noch ein paar Spieler, die das können. Platz ist auch noch da, ähm, aber, ja, ein Seguin muss weg und du brauchst irgendwie einen vernünftigen Sechser, der ein bisschen Kampfgeist hat, auch mal einen umsetzt und ein bisschen, äh, motiviert auf dem Platz, weil das hast du aktuell gar nicht. Ja, der auch so eine Geschwindigkeit einfach mal bringt, um in die Zweikämpfe reinzukommen, ne, nicht der so schwerfällig ist und, äh, eine Stunde braucht, um sich zu drehen, sondern der dann wirklich, wenn mal so ein hoher Ball ist, wenn ein zweiter Ball in der Luft ist, der dann sofort dann in den Zweikämpf drin ist und sich diesen Ball dann holt, ähm, das sehe ich so ein bisschen bei Tempelmann, der dann so gefährlich ist, ein bisschen schnell ist und auch, auch schnell und, und, und läuft viel. So, aber du bräuchtest halt auch einen zweiten Spieler im Mittelfeld, in diesem Dreier-Mittelfeld-Konstrukt, der dann aber ein bisschen körperlich präsenter ist als ein Tempelmann, der vielleicht noch ein bisschen größer ist, ein bisschen stärker, der normal ein bisschen ekliger auch ist, dann hättest du da eigentlich... Also, ich denke wirklich die ganze Zeit, ich denke die ganze Zeit, ähm, ja, also wenn er, wenn er wirklich noch die Fitness hat, das weiß man jetzt natürlich nicht, wir haben den jetzt beide nicht verfolgt, aber wenn er noch die Fitness hätte, dann hätte ich gerade wirklich liebend gerne den Palzan von vor zwei Jahren, ähm, der ist ja dann gewechselt jetzt vor einem Jahr in die, vor anderthalb Jahren mittlerweile ist er dann gewechselt, ähm, gönnt man ihm ja auch prinzipiell und ich glaube auch leider nicht, dass da irgendwie was möglich wäre, ähm, aber es wäre... Ich gucke mal gerade, was der macht, aber der, der ist doch jetzt wieder... Bei der Familie auch, glaube ich. Nee, nee, der ist, der ist jetzt nach Belgien, nach Belgien, ja, der ist wieder gewechselt. Okay, ja, dann wäre es natürlich prinzipiell eine Option, wenn er fit ist, dann kann man darüber nachdenken, ich glaube es wird jetzt vielen Zuhörern, Zuhörern hier gerade nicht gefallen, dass wir jetzt, äh, Palzon wieder zurückersehen, ähm, weil da viele noch an das Passspiel von ihm denken, aber ich muss wirklich sagen, genau dieser Typ hat uns in den letzten zwei Jahren gefehlt, der einfach Mentalität Overlevel von sonst was hat, der die Spieler anstachelt und sagt, Jungs, hier geht es gerade um alles, wir kämpfen, wir siegen und das wird unser Spiel heute, ähm, so ein Typ fehlt dir einfach gerade komplett im Verein und das war Palzon in der Zweitligasaison, die wir vor zwei Jahren hatten, ähm, also ich wäre Fan davon, wenn das passiert, ich glaube es prinzipiell nicht, weil ich kann es mir von beiden Seiten aus irgendwie nicht vorstellen, aber es wäre prinzipiell von der Mentalität und auch von dem Spielertypen, den wir eigentlich gerade bräuchten, wäre es super. Der Junge ist gerade Innenverteidiger und ist Kapitän bei Eupen, das ist gar nicht mal so weit weg, zu mir noch näher, also Aachen ist Eupen, ist direkt um die Ecke quasi und, ähm, ja, der ist voll im Saft, der hat jedes Spiel da 90 Minuten gemacht, kein Spiel verpasst, so 32 noch, ne, den könntest du, könntest du machen. Kann noch zwei Jahre auf jeden Fall spielen, ja, wenn er fit ist und, äh, auch bei, bei der MES war er, glaube ich, vorher, ne, wenn er da ein bisschen gespielt hat, dann müsste der eigentlich noch seine Qualitäten haben und da kann man darüber nachdenken, ähm, ich glaube, mit Hechelmann als Sportdirektor wird es nichts, weil wenn der dann nämlich schief geht, dann, ähm, der wird einfach zu viel Angst davor haben, dass dieser Transfer floppt, weil dann brennt es wirklich komplett mit ihm, ähm, dann würde ihn keiner mehr ernst nehmen, weil Pahlsson ja eigentlich ein Spieler ist, der schon da war, wenn du den zurückholst und der nicht funktioniert, dann würde man sagen, Hechelmann, was hast du hier dabei gedacht, ähm, deswegen, ich glaube leider nicht so ganz dran, aber ich glaube, wir sind beide prinzipiell Fan von der Idee, eigentlich den zurückzuholen. Ja, aber ich sehe jetzt gerade, er hat einen Vertrag da bis 2026, das sind drei Jahre, dann wäre der 35, dann kann er in Rente gehen, so, dann muss er denen auch schon so einen langfristigen Vertrag bieten, ob das Schalke macht, das weiß ich halt auch nicht so, halt auch schwierig, den da rauszuholen, ne, da gerade auch. Vielleicht könnte man da irgendwie auf 2025er Vertrag, äh, spekulieren, also anderthalb Jahre Vertrag, ob er das dann vielleicht macht, weil ich glaube, man könnte bei uns theoretisch trotzdem noch besser verdienen als in der belgischen Liga, ähm, die Spieler bei uns haben ja eigentlich gute Gehälter, aber, ja, weiß man nicht, ist Spekulation. Auf der anderen Seite, äh, Eupen ist gerade auf dem 13. Tabellenplatz, das Abstiegsplatz in Belgien, ähm, das wäre auch vielleicht eine Möglichkeit, ähm, den da, ja, zu holen, weil vielleicht Eupen auch nicht ganz zufrieden ist und da nochmal ein paar Veränderungen im Kader haben möchte. Ja, auf jeden Fall, ja, mit Kusshand, ne, und jeder ähnliche Spielertyp auch sehr, sehr gerne, aber lass mal weitermachen. Genau, äh, ich würde uns auch in Siebel-Mittefeld immer weitergehen, oder? Wollen wir da mal drüber sprechen? Da haben wir jetzt aktuell Drexler, äh, Idrissi, Uedraogo ist ja aktuell verletzt, den haben wir eigentlich auch noch, ähm, also das sind so Spieler, die da eigentlich spielen könnten. Ich finde, prinzipiell haben diese Spieler auch eigentlich alle irgendwo ihre Qualitätsakzente, aber sie bringen sie irgendwie alle nicht auf den Platz und ist auch irgendwie nicht der Spielertyp, den man gerade braucht. Ähm, ich muss es leider nochmal erwähnen, aber wir haben da auch schon hundertmal in der Kaderplanung vor der Saison drüber gesprochen. Aber wir haben so einen Spieler wie Muslia unbedingt gebraucht und jetzt ist so ein Spieler, ähm, in der Bundesliga im Gespräch, weil er wieder eine super Saison bei Paderborn spielt. Auch wenn Paderborn aktuell nicht so super drauf ist, ist Muslia absolut in Form wieder. Ähm, hat gegen uns ja auch, glaube ich, drei Scorer gehabt, zwei Tore müssten es gewesen sein. Ähm, ich verstehe nicht, warum man da nicht irgendwie versucht hat, so einen Spieler zu holen, weil das wäre, finde ich, glaube ich, sogar möglich gewesen, wenn du dem irgendwie, äh, ein gutes Gehalt gezahlt hättest, Paderborn vielleicht anderthalb Millionen gegeben hättest, hätten die das, glaube ich, gemacht. Und, ähm, jetzt hat er Anspruch Bundesliga mit Sicherheit und Paderborn wird da eher über drei Millionen reden wollen. Das kannst du eigentlich schon wieder vergessen. Er wird jetzt nicht in den Abstiegskampf wechseln. Das Thema ist durch. Ähm, ich glaube, vor der Saison wäre es durchaus möglich gewesen und da muss ich auch nochmal sagen, finde ich sehr schade, dass man da nicht in Verhandlungen war. Paderborn war auch auf dem Markt, ne, für nicht mal eine Million so, 750.000 Mal HSV gegangen, so, da hättest du auch mitbieten können. Der ist jetzt gerade nicht so überragend bei Hamburg, ist in Ordnung, aber, ähm, ja, also es sind solche Spieler, wo man einfach sagen muss, da hättest du einfach viel mehr reingehen müssen und dann nicht irgendwie die ganze Zeit mit dem Salazar da irgendwie irgendwelche Spirenzchen führen müssen. Ähm, das war einfach von vorne bis hin absolut schlecht. Du weißt halt nicht, Parai hatte halt auch so einen Reis und ein, äh, wer ist da noch, äh, Beläsch, ähm, genau, die da halt die Position mit, um mit ihm drum kämpfen, auch noch in Özt und Ali und so. Also HSV hat halt voll die Qualität in diesem Bereich und, äh, haben genug Kreativspieler, so, ne. Wenn er jetzt bei uns gewechselt wäre, weiß er halt auch nicht, ne, ob der nicht vielleicht dann mehr Akzente hätte setzen können, weil halt bei uns mehr auf ihn gesetzt würde, als beim HSV, so, sozusagen, weil wir halt kaum diese Spielertypen bei uns haben. Äh, ja, aber klar, also da könnte man auch noch einen nehmen. Ist für mich aber jetzt nicht so ein Zwang, wo ich sage, ist für mich so eine Top-Krio wie, ähm, Innenverteidigung, Aufwursten, Rechter, Schienenspieler und Sechser. Ja, das sind die drei wichtigsten Positionen mit Abstand, ja. Aber ich finde trotzdem, wenn du dann irgendwie, ähm, beim Kader noch weitere Positionen suchen solltest, dann musst du auch auf jeden Fall über einen Kreativspieler nachdenken, ähm, weil der Einzige, der irgendwie mal so ein bisschen Dribbelqualität mit reinbringt, ist dann so ein Uedraogo Mittelfeld, wo man Kabadai auf außen, ähm, ansonsten siehst du es halt leider nicht wirklich. Ähm, aber ein bisschen so. Ja, ab und an, aber du kannst halt von so einem großen Spieler auch eigentlich nicht erwarten, dass er da jetzt der absolute Dribbelkönig ist, was er auch, muss man leider sagen, nicht wirklich ist. Er kann ab und zu mal hier und da eine gute Bewegung machen, ähm, ähm, ist da für seine Größe super technisch begabt. Aber, ja, also der Einzige, der wirklich extreme Dribbelqualität bei uns hat, ist Uedraogo. Und das ist eben ein 17-Jähriger, der nächstes Jahr weg ist und gerade in einer Mannschaft spielt, die auch gegen den Abstieg spielt. Das ist, ähm, eine extrem große Würde für den, da nach seiner Verletzung dann zurückzukommen und jetzt auf einmal alles regeln zu sollen. Ähm, ja, ich finde schon, dass man da auf jeden Fall sehr, sehr stark drüber nachdenken muss, da noch jemanden zu holen. Nur wem man da holt, ist dann halt wieder eine extrem große Frage, wer das auch sich überhaupt antun will. Ja. Safe. Ja, dann, äh, haben wir noch eine Offensive, haben wir, ähm, Kabadai, ähm, wenn wir Mo als Linksverteidiger einplanen, lassen wir den mal da. Wir haben Lasten mit Karawan, Kozuki, Terodde, Polter und Kike top. Ja. Ähm, also Polter, bin ich der Meinung, muss verkauft werden. 100 Prozent. Ähm, der ist einfach einer zu viel, so, von diesen cooligen Stürmern. Und, ähm, ähm, der ist ja auch scheinbar unzufrieden, hat er ja auch beim Berater gesagt, auch da gleiches Spiel, so, solche Äußerungen brauchst du nicht, ähm, brauchen wir gar nicht. Und, ähm, ist halt einfach nur eigenes Ego, eigene Interessen über Mannschaftsstellen. Deswegen ihn, äh, würde ich verkaufen. Ich glaube, der hat auch einen Markt, also Mannschaften wie Köln oder so, die halt so einen Kopfballspieler brauchen. Würden den, glaube ich, gerne nehmen. Ähm, mit den anderen Spielern werde ich so nicht schlau, so. Und Terodde ist eigentlich für das Spiel von Gerrits eigentlich auch, brauchst du nicht. Und auch für ihn wäre es, glaube ich, sogar besser, wenn er jetzt nochmal den Schritt zu einem Spitzenteam geht in der zweiten Liga. Also, wenn da irgendeiner Interesse hätte, das ist, glaube ich, aus unserer Sicht nicht so schlecht, weil Gerrits gar nicht auf ihn setzt. Und, ähm, aus Terodde-Sicht wäre das auch besser, weil er dann wieder spielen kann und Tore machen kann. Und da kann man auch mal ein Fragezeichen setzen. Der Keketopp muss unbedingt der Vertrag verlängert werden, wenn man weiter auf ihn setzt, weil der läuft aus. Aber würde ich prinzipiell erstmal halt. Ähm, Karaman und Lasme sowieso. Karaman top. Lasme, fände ich halt gut, wenn er ja mal von der Bank mehr spielen würde. Und dann muss ich sagen, sehe ich eigentlich auch noch einen Stürmer, den wir holen müssten für Karl Gerrits, weil er halt gerne da Spieler spielen lässt, die ja so eine Körperlichkeit haben wie Boniface und auch schnell sind. Ähm, macht ja Lasme. Oder ist auch Lasme, aber bräuchte halt jemanden, von dem Lasme lernen kann. So jemanden, der das mitbringt, was Lasme hat, plus er kann Tore schießen und hat eine einigermaßen gute Technik. So, den bräuchtest du halt vorne drin. So, klar, ist schwierig, so jemanden zu finden. Und mit der Geschwindigkeit von Lasme, die spielen alle in der Champions League, ähm, solche Stürmer, die dann auch noch treffen und noch mit dem Ball umgehen können. Aber reicht ja, wenn du zumindest mal einen halbwegs schnellen Spieler hast und nicht so ein Holter und der Rodde, die halt, ähm, überhaupt nicht schicken kannst. So. Zumindest, wenn Gerrits sein Spielsystem spielen lässt. Ich finde eigentlich, Karaman ist eigentlich dieser Spielertyp, von dem Lasme lernen könnte. Also, Karaman ist eigentlich genau das. Er ist halbwegs schnell, er ist nicht schnell. Aber der spielt ja mit zwei Stürmern so. Ja. Du brauchst ja, du brauchst quasi, also für mich, Wegab-mäßig. Ja, einen dritten Stürmer, der da aufstehen kann. Ja, du brauchst zwei Starter. Und für mich ist Lasme kein Starter. Der hat nicht die Qualität, um, wo du sagst, okay, Lasme macht dir deine Tore, so, ne. Sagen wir mal, Karaman fällt aus. Dann spielst du da mit einem Lasme und dann ist die Offensive wieder tot, so, quasi, ne. Da brauchst du schon einen, einen Mann, der neben Karaman eigentlich startet und ein Lasme, der dann, wenn er in einer guten Form ist, auch mal 90 Minuten kriegt oder mal startet. Ja. Aber prinzipiell erst, mal so ein Joker ist, wenn die Mannschaften müde sind, der mit seiner Geschwindigkeit dann nochmal, äh, ja, gefährlich wird. Also, das wäre auch wieder ein Gamble, aber ich sag dir ehrlich, meine Meinung ist sogar theoretisch, wenn du diese ganzen Positionen verstärkst, wie Innenverteidiger auf jeden Fall, zwei Spieler mindestens holen, ähm, rechter Schienenspieler, ein Sechser holst und vielleicht sogar noch ein Zehner holst, dann finde ich, würde das vielleicht sogar schon ausreichen, dass du sagen kannst, okay, du kannst damit so ein Spielsystem formen, du hast dann einen Mohr zum Beispiel über links, der Flanken schlagen kann, du hast rechts einen Schienenspieler, der das hoffentlich dann auch kann, ähm, da finde ich, kannst du sogar auch, wenn es nicht unbedingt hundertprozentig in das Spielsystem dann von Gegeratz reinpasst, könntest du sogar, finde ich, mit einem Spieler wie Top oder mit Torode vorne noch im Sturm auch planen und da dann auch mal ein Lasme reinbringen oder da so ein bisschen hin und her rotieren, je nach Gegner, ähm, weil wenn du eben diese Qualität defensiv schaffst wieder und auch dann ein Offensivspiel mit mehr Ballbesitz teilweise auch führen kannst, dann glaube ich schon, dass auch wieder mehr Chancen herausspringen werden und dann kann auch ein Torode wieder an Szene gesetzt werden, ähm, deswegen, ich stimme dir recht, äh, ich gebe dir recht, ähm, man kann auf jeden Fall da jemanden holen, größte Priorität sehe ich trotzdem auf den anderen Positionen, das ist so ähnlich wie mit dem Zehner, dass man da überlegen kann, man kann einen dazu holen, muss man aber nicht so, ungefähr so würde ich sagen, aber Top muss auf jeden Fall verlängert werden, ich weiß nicht, was da die ganze Zeit fabriziert wird und Polter muss weg, also bin ich voll deiner Meinung. Ich glaube, der Top hat aber auch keinen Bock, ne, weil ganz ehrlich so, äh, man weiß nicht, ob Schalke wirklich in die dritte Liga geht, dann ist die Sache, jetzt hat er zwar Spielzeit bekommen, aber die ganze Zeit hat er erst mal in der U23 gespielt, so und jetzt ist er halt in einer super Fahndungsposition, ne, wir sind noch drei Spieltage, dann ist Winter, dann kann er quasi mit einem neuen Verein, äh, seinen, seinen, äh, ja, Vertrag aushandeln und, ähm, wenn er jetzt so zwei-, dreimal spielt, dann hat er da vielleicht auch den ein oder anderen Angebot aus der oberen Tabellenhälfte oder aus der ersten Liga, die dann Perspektivenspieler noch brauchen, zum Beispiel so ein Verein wie Bremen, ne, jetzt ist Füllguck da weg, würde ich mir halt auch vorstellen, dass sie den als Stürmer Nummer drei oder vier einfach mal verpflichten, so, mit einem Fünfjahresvertrag und dann, ähm, er kommt ja auf Ostbremen, dass sie den dann da entwickeln wollen, so, ne, weil, äh, ist er auch, ja, sag erst mal, er ist ja auch in der U-Nationalen Mannschaft, äh, erfolgreich und, ähm, ja, dann ein deutscher Stürmer mit Perspektive, so, den hat man doch immer gerne. Ja, also ich finde, er hat für mich nicht so die Ausschadung, dass er wirklich komplett abgeneigt wäre, zu verlängern, ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass er vielleicht noch ein bisschen abwarten möchte, weil er denkt, okay, vielleicht kommt ein besseres Angebot rein, aber im Prinzip wirkt er auf mich jetzt nicht so völlig, ich muss hier weg, mäßig, ähm, auch wenn du dir das anguckst mit den ganzen Frage-der-Wochen-Videos, ähm, und auch alles mögliche, einfach diese Ausschadung von dem ist eigentlich, okay, ich hab Bock hier Fußball zu spielen und auch ein bisschen, wenn er auf dem Platz steht, dass er die Ausschadung hat, Schalke bedeutet ihm zumindest ein bisschen was, ähm, dass er weiß, worum es hier geht und auch völlig glücklich ist, überhaupt gerade seine ersten Schritte für Schalke sogar machen zu können, ähm, deswegen, ich kann mir schon vorstellen, dass es möglich wäre und auch möglich gewesen wäre, schon mit ihm den Verlänger zu haben, ähm, nur ist es leider bisher nicht passiert und ich glaube, das hat auch viel mit Unvermögen von der Führung zu tun, weil, ähm, wenn du dem dann halbwegs ordentlich einen Vertrag hingelegt hättest vor, weiß nicht, sechs Monaten oder so, dann glaube ich schon, dass er hätte verlängert. Ja, das ist halt so die Sache, ne, unseren Jugendspielern, ähm, geben die dann wirklich so Verträge, wo man merkt, okay, man baut nicht auf uns, so, ne, nach dem Motto so, ähm, mit ganz, ganz wenig Geld, holt dann aber irgendwie ganz, äh, komische Spieler und gibt denen richtig gute Verträge, so, ne, dann hast du da irgendwelche Partei-Leichten bei dir rum und muss dann, man, und dann nächste Finger zeigt, dass man nicht auf die Jugend setzt, ist ja dann, wenn man so einen Flick, ID und so weiter, alle, die da irgendwo bei uns Identifikation haben und aus der Jugend kommen, dann alle los, äh, wird, ne, das ist, ja, ist halt sehr frustrierend gerade, ne, wie die, wie der Kader geplant wird und was die da alles, äh, für Gedanken haben und für Verträge gemacht haben und so weiter und so fort, äh, genau, äh, ja, wären wir soweit durch mit dem Kader? Ähm, das ist als letztes Thema und dann machen wir hierzu noch über, ähm, das nächste Spiel und vielleicht bis zur Winterpause kurz sprechen, ähm, wir spielen jetzt gegen Osnabrück zu Hause, dann auswärts gegen Hansa und dann zu Hause gegen Reuter Fürth, ähm, dein Tipp für die drei Punkte, ich glaube, wir hatten es in der Mitte mal kurz erwähnt, ich sag, äh, du gehst da mit drei Punkten raus und gegen Osnabrück gewinnst du nicht. Also aus allen drei Spielen ist es echt schwer, ähm, ich glaube, wir gehen mit vier Punkten raus, also ich glaube, wir verlieren gegen Fürth und hoffe irgendwie, dass wir vier Punkte holen aus diesen beiden Spielen, ähm, aber selbst das wird schon sehr, sehr schwierig und das ist eigentlich nicht mal, wo man sagen kann, man wäre zufrieden damit, ähm, dann gehst du da mit einer, mit einem blauen Auge, finde ich, fast schon eher raus aus der Hinrunde und kannst dann irgendwie versuchen, es mit der Rückrunde zu retten, aber, äh, ja, es ist, es ist ganz schwierig, also du kannst auch bei dieser Mannschaft einfach nichts mehr vorhersagen, also wir können ja uns irgendwas zusammenreimen, wie man sich das irgendwie vorstellen kann, was passiert, aber es ist wirklich, du, du weißt nicht, wie gehen die ins nächste Spiel, also manchmal sind die dann da irgendwie wie ausgewechselt und können auch immer Fußball spielen für eine Halbzeit, dann sind die wieder eine komplette Chaos-Truppe, die keine Motivation haben, Fußball zu spielen und lieber Basketball spielen, wie du vorhin gesagt hast, es ist irgendwie ganz schwierig zu sagen. Also, ja, wobei, ich finde, wir waren wirklich in keinem Spiel die bessere Mannschaft in der kompletten Saison, über 90 Minuten, oder? Siehst du da irgendwo ein Spiel? Äh, warte, muss ich nochmal ganz kurz, äh, gucken. Lautern, also ich sag dir mal unsere Siege lautern. Bei 3-0, fand ich, waren wir sogar schlechter, also selbst gegen neun Lauterer, ähm, dann hatte man Magdeburg, die haben uns eigentlich in der ersten Halbzeit komplett an die Wand gespielt und dann sind wir irgendwie in so einem Wunder nochmal zurückgekommen, drehen das Spiel 4-3 und dann hast du nur noch die zwei Siege zuletzt gegen Hannover und gegen Nürnberg und gegen Nürnberg, fand ich, waren das zwei unterschiedliche Halbzeiten, wo jede Mannschaft eine gute Halbzeit hat und Hannover habe ich nicht mehr so richtig im Kopf, aber waren wir da über 90 Minuten die bessere Mannschaft? Ich, ähm, weiß jetzt nicht, ob man sagen kann, dass wir über 90 Minuten die bessere Mannschaft waren, aber es ist auf jeden Fall ein ausgeglichenes Spiel und es war auch, finde ich, ähm, von der Spielanlage einfach mal ein angenehmes Spiel, wo man sagen kann, okay, da hat man was gesehen, ähm, deswegen würde ich schon sagen, dass man da, äh, von einem guten Spiel sprechen kann, also Hannover fand ich wirklich, kann uns jetzt keinen großen Vorwurf machen, da war halt, ähm, wieder individueller Fehler bei dem ersten Tor, was wir bekommen haben und das zweite Tor war halt ein Elfmeter, der keiner war, ähm, ansonsten haben wir jetzt 3-1 gewonnen, haben die am Ende nochmal den Elfmeter zugeschoben bekommen, deswegen finde ich schon, dass man das da sagen kann, aber, ja, ansonsten hast du schon recht, also es ist sehr, sehr selten, dass wir, ähm, die bessere Mannschaft sind, nur halt in den Halbzeiten sind wir halt teilweise einfach unterschiedliche Mannschaften, also wir haben in manchen Spielen wirklich gesehen, dass eine Halbzeit ordentlich war und die andere Halbzeit war halt eine Katastrophe, so, ähm, das meine ich halt damit, dass du da halt nie vorher abschätzen kannst, wie das genau passiert und wenn wir halt manchmal eine gute Halbzeit erwischen, dann, äh, ist es halt auch ab und zu mal dazu gekommen, dass wir irgendwie ein Spiel drehen konnten, aber ansonsten ist es halt immer dasselbe, dass wir uns selbst überschätzen oder keinen Bock haben und dann halt aufs Maul bekommen, ja, deswegen, äh, gut, ich weiß jetzt auch nicht, ob ich, ob ich jetzt, also ich wirklich, ich hab keine Ahnung, also es kann wirklich alles passieren, ähm, außer, dass wir jetzt irgendwie einmal nochmal einen Dreierdurchmaß starten und neun, äh, neun Punkte holen, aber ich, ich bleib dabei, irgendwie vier Punkte müssen es sein, also sonst brennt hier wirklich alles. Muss ich mir überlegen, wenn wir, wenn wir vier Punkte holen, sind wir gerade mal bei 17, das ist ja auch schon nichts in der Hinrunde. Ja, äh, also, also, ne, also, ich, 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 also ich hab hier so oft positiv getippt, teilweise auch, ähm, zu gut so, ne, aber mittlerweile, mit so ein bisschen, ja, aber mit so, mit so ein bisschen Funken, ähm, Hoffnung so, ne, dass ich sag, okay, also, ist zwar jetzt besser getippt, als ich, als ich so, als realistisch ist oder so vom Gefühl her, aber. Was der Kopf und das Herz halt sagt, so mäßig, genau. Genau, genau, so ein bisschen das Herz so, aber im Moment, auch so die Hoffnung, aber im Moment, ich hab halt, ich hab halt gar nicht mehr so die Erwartungshaltung, dass es irgendwo so ein bisschen Hoffnung gerade gibt, so, ich bin wirklich immer bei so 10%, wo ich glaube, jetzt vor dem Spiel gegen Osnabrück, dass wir jetzt da eine gute Mannschaft sehen werden, ich bin sowas von sicher, dass wir das Spiel einfach verlieren werden und ich wünsch mir natürlich alles andere, aber so, wie ich das Spiel gesehen hab, jetzt gegen Düsseldorf, ich war ja live im Stadion und wie die Körpersprache ist, wie, was da alles drumherum passiert ist, Elversberg auch die Woche davor, die ersten 30 Minuten, gar nicht auf dem Platz gewesen, jetzt Düsseldorf wieder, dann mit den Fans, so, ne, man hört, die sollen jetzt auch gegen, ähm, gegen den osnabrücklichen Stadion gehen, keine Ahnung, also, pfff, weiß ich, ich glaub, die Anfangsphase wird entscheidend sein, wenn du da irgendwie, wenn der erste Schuss von Osnabrück wieder mal irgendwie drin ist, dann ist das Spiel verloren. Ja, kann gut sein, also, man muss trotzdem wirklich sagen, Osnabrück ist schon sehr, sehr schlecht in der Saison, also, da muss schon wirklich, ähm, auch wieder unsere Prime im, äh, im Kopf anfangen, dass wir denken, dass wir, also, da musst du wirklich wieder reingehen in das Spiel und dir denken, du bist die Wahnsinnsmannschaft, dass du gegen Osnabrück dich wieder unterschätzt, weil du weißt ja eigentlich, was du in den letzten Spielen verzapft hast und ich finde eigentlich, von der Qualität her, auch bei den Problemstellen, die wir gerade auch alle beleuchtet haben, musst du trotzdem in der Lage sein, Osnabrück irgendwie zu schlagen, die haben einen Sieg geholt bisher, ähm, also, ich finde schon, dass da mindestens mal ein Punkt auf jeden Fall eigentlich realistisch sein müsste, aber es wird halt trotzdem absoluter Abstiegsknaller, also, wenn du da halt verlierst, boah, also, dann werde ich wirklich nicht in der Haut von den Spielern stecken, dann wird da nochmal ordentlich mehr berichtet werden in der Woche, ähm, und die, die Köpfe werden überall brodeln, ähm, ja, also, das ist bei mir auch jetzt nicht irgendwie, dass ich mir großartig die Hoffnungen mache, dass man jetzt irgendwie nochmal gute Spiele sehen wird, sondern einfach, dass ich irgendwie hoffe, dass da jetzt langsam mal irgendwann, äh, verstanden wird, um was es hier geht und dass wenigstens die Grundtugenden irgendwie wieder stimmen und dass man so Spiele, ähm, in Spielen Punkte mitnehmen kann und dann muss das auch in Osnabrück auf jeden Fall passieren, weil gegen wen sollen wir sonst punkten? Ja, schwierig. Klar, also, äh, Aufstellung würdest du, also, ich würde jetzt nicht mehr in allen Spielern durchgehen, weil ich, äh, wir sind jetzt, glaube ich, auch schon fast anderthalb Stunden unterwegs. Ja, eine Stunde, 23. Ja, aber was, was würdest du, was würdest du verändern? Also, ich würde Matriciani irgendwie rausholen. Ohne rein, wenn nicht, dann Jugend ist egal, irgendwas, ja, gehe ich mit. Ovean würde ich raustun, äh, Kaminski würde ich raustun und, ähm, ansonsten würde ich quasi so mit der Mannschaft dann reingehen. Ich würde vielleicht Moor für Ovean bringen, ich würde für Kaminski würde ich Cissé reinbringen, für Matriciani, Brunner oder Van der Slot und, ähm, vielleicht für Schallenberg noch Tauer. Ja, ich würde, ich würde auf fünf Positionen, glaube ich, sogar wechseln. Ich würde, ähm, Matriciani auf jeden Fall raus, dann muss dann Brunner hin oder Jugend. Ähm, Moor muss rein für Ovean, das ist sowieso klar, weil Ovean kann ja auch nicht spielen. Ähm, ja. Dann auf der Sechs gehe ich mit, Schallenberg muss auch unbedingt raus, also das war wirklich furchtbar wieder. Da muss dann ein Tauer hin, ähm, oder von mir aus auch ein Latzer, wenn er fit ist. Ähm, Innenverteidigung gehe ich mit, Cissé, ich sehe es leider nicht, dass es passieren wird, aber ich hoffe immer noch drauf. Ich glaube aber, wir werden mit derselben Dreierkette ins Spiel gehen und, ähm, auf der Zehn würde ich eigentlich gerne Idrissi sehen für Drexler, weil, ähm, ja, das, was Drexler da in den ersten 30 Minuten gemacht hat, war auch nichts. Ähm, ja, Idrissi hat mir da ein bisschen besser gefallen, aber da kann man auch am ehesten drüber streiten, ob man das machen müsste, aber ich glaube, Drexler war ja sowieso ein bisschen angeschlagen nach dem Spiel, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, der ist auch verletzt runter, also, ja. Also, ob der, ob der spielt, bin ich mir nicht ganz sicher. Ja, okay, äh, und ein Tipp, äh, noch zum Abschluss. Ähm, boah. Ich sag, das wird mit Ach und Krach irgendwie ein 2-1 für uns. Ich sag ein 1-2-1. Okay, dann. Leute, ähm, ja, schreibt mal eure Meinung zu den Themen in die Kommentare. Sehen wir das alles zu pessimistisch? Äh, also, ich bin echt am Ende so mit meiner Positivität mittlerweile, ich kann dem einfach nichts mehr abgewinnen, so, keine Ahnung. Und wenn das bei dir schon passiert, dann weiß man auch wirklich, dass alles gerissen ist. Also, bei mir ist es ja normal, dass ich immer so mit so einer Grundnegativität, äh, reingehe und, äh, nicht zu euphorisch werden will. Aber bei dir sieht man normalerweise eigentlich die Explosion der Euphorie, dass man sagt, okay, wir packen das irgendwie, du hast ja auch, ähm, gesagt, wir steigen easy als Erster auf. Ich glaub, ich hab ja gesagt, Hamburg, Erster, Schalke, Zweiter. Ähm, auch schon optimistisch gewesen, aber, ähm, ja, gut, reden wir nicht drüber. Kannst du keinem erzählen? Also, ich wette, wir lachen uns kaputt, wenn wir dann nochmal so unsere Prediction angucken. Die müssen uns auf jeden Fall angucken, ja, das wird lustig. Ähm, ja, genau, aber ich glaub, damit, äh, war's das erste Mal für heute. Wir haben echt extrem lang geredet, ähm, wer bis hierhin geguckt hat, wirklich, äh, fettes Danke, ähm, aber ich glaub, da war dann auch eine Therapiesitzung auf jeden Fall notwendig. Ähm, ja, genau. Ja, lass gerne ein Abo da, wenn ihr auf YouTube seid oder folgt in den Podcastplayer rein. Wir sind mega dankbar für eine, äh, fette Bewertung, also fünf oder vier Sterne. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Glück auf. Bis dahin. Glück auf.